Dass R'n'B erst so in den 10er Jahren so richtig so seine Innovationsexplosion hatte und dann auch wirklich was Neues hervorgebracht hat. Aber eigentlich, wenn man sich es mal genau überlegt, dass so Soul und R'n'B schon immer einfach ein sehr guter Nährboden für so Experimente und für Innovationen war. Diese Alternative zum Mainstream-R'n'B ist ja erst mit den KünstlerInnen, die wir heute besprechen, aufgekommen. Und es hat ja relativ schnell dazu geführt, dass so die ganzen Big Names auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollten. Dass es vielleicht daran liegt, dass eben viele Leute so meines Alters, die dann vielleicht so rund um 2009, 2010, 2011 oder so angefangen haben, so als Produzenten zu arbeiten und dann aus dieser ganzen Bassschiene irgendwie aus dem UK kam oder so und dann natürlich die Musik ihrer Kindheit verarbeiten. Und die war dann eben auch so viel 90er-R'n'B. Und es tauchte dann halt so viel in Samples zum Beispiel auf. Track 17, der Musik-Podcast, Feature Nummer 29 zum Thema, Klammer auf, Future, Klammer zu, R'n'B der 2010er Jahre in Turnierform. Heute zu Gast, Annette Scheffel, hallo. Hallo. Und natürlich Albert Koch. Hallo. Albert, wir planen diese Folge jetzt irgendwie schon seit einem halben Jahr und hatten dich auch eigentlich von Anfang an auf der Liste dafür. Und wir nehmen ja jetzt hier gerade auch mit neun Stunden Zeitunterschied auf. Ja, ja. Ich bin zwischendurch noch, habe ich noch die Stadt gewechselt. Ich mache ein Experiment namens Los Angeles. Und genau, wir mussten das ein bisschen einplanen mit der Zeitverschiebung. Bei mir ist es jetzt morgens, bei euch ist es abends. Aber das geht ja eben auch mit der Technik von heute, wie schön. Das ist sehr schön. Deswegen wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Morgen. Albert, dir einen schönen Abend. Du bist zwar auch ein paar Kilometer weg, aber wir sind immer noch in der gleichen Zeitzone. Deswegen ist es noch voll okay. Und wenn ihr diese Folge hört oder wann ihr diese Folge hört, dann sind wir ja alle sowieso ganz wunderbar prachtvoll vereint. Was wir hier heute machen, ist unsere zweite Genre-Turnier-Folge. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wir haben ja vor einem Jahr, das ist ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich, damals zu viert, im K.O.-System-Turnier über die Mit-Nuller-Indie-Rock-Platten, so aus Großbritannien gesprochen. Wir wollten einfach mal gucken, was ist davon eigentlich übrig geblieben? War das eigentlich so gut, wie damals behauptet? Und welche Platte ist denn am Ende dann auch einfach die beste gewesen? Spoiler-Alert, es war natürlich Silent Alarm von Blockparty. Wie hätte es anders sein sollen? Und wir wollten eigentlich seitdem so eine Art Folge auch noch einmal wiederholen und haben dann überlegt, aber zu welchem Genre oder beziehungsweise zu welchem Teil eines Genres könnte man das machen? Und dann sind wir beim R'n'B gelandet, aber nicht einfach nur so beim R'n'B, sondern bei dem der 2010er Jahre, weil der in unserem Podcast hier bei Track17 in den Review-Folgen ganz oft eigentlich aufgetaucht ist, Albert, ne? Ja, das stimmt. Also wir haben öfters mal über R'n'B-Platten gesprochen oder die wir als R'n'B-Platten bezeichnen. Zum Beispiel Take Me Apart von Kelela ganz am Anfang des Podcasts. Aber ich glaube, dass wir heute dann mehr in die Tiefe gehen, was das Thema betrifft. Annett, du bist, korrigiere mich da immer, wenn ich was Falsches sage, Autorin, Journalistin für Musik und Popkultur. Wo und wie kann man dich denn in der Regel lesen, hören oder sehen? Und was sind denn so die Themen, mit denen du dich da am meisten und am liebsten beschäftigst? Ja, eigentlich tatsächlich würde ich mich als Kulturjournalistin bezeichnen, weil ich ja gar nicht nur Musik mache. Also so habe ich mal angefangen, aber ich mache ja auch ganz viel Film und ganz viel so auch übergeordnete Sachen. Mittlerweile auch nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Also ich bin manchmal auch im Radio. Ich moderiere viel, also gerade nicht in Los Angeles. Da fehlt mir noch das Netzwerk für, aber ich schreibe zum Beispiel auch sehr gerne für die Dummy. Ich mache immer gerne Werbung für die Dummy, weil die Süddeutsche, für die ich auch schreibe, die kennt ja jeder. Den Musik Express kennt man auch, aber die Dummy kennen nicht so viele und das ist ein ganz tolles Magazin. Und ich werde für die nächste Ausgabe was über Gefängnisse in den USA recherchieren tatsächlich, also ganz was anderes. Und arbeite gerade nebenbei noch an einem Radio-Essay über weibliche Wut. Wichtiges Thema. Gibt es so aus der letzten Zeit irgendwas Besonderes, was du mitgeben möchtest, was ich dann auch gerne in den Shownotes verlinken kann, was du gemacht hast? Oder was dir besonders am Herzen liegt? Ja, ich habe für die Dummy eine Geschichte geschrieben, ein Porträt über einen asexuellen Menschen, was ich sehr interessant fand. Also ich habe einen Menschen in Hamburg getroffen, der für den Sex einfach nicht geil ist, um das mal ganz kurz zu sagen. Also es ist einfach nichts, was ihn interessiert und es war eine ganz interessante Begegnung, weil es so ganz viele Selbstverständlichkeiten auch einfach auf den Kopf stellt. Und ich fand das ganz toll, wie offen und ehrlich er mir auch irgendwie über sein Leben erzählt hat. Das war ganz schön und ich würde sagen, Top 2022 war aber vielleicht auch noch meine Online-Begegnung mit Rosalia, um vielleicht wieder noch kurz auf die Musik zurückzukommen. Die sollte ich eigentlich in London für ein Interview treffen und dann hatte ich Corona und musste es per Zoom machen. Das war aber trotzdem sehr toll zum Album. Das kann man bestimmt sehr gut verlinken. Das ist ja auch ein sehr wichtiges, wichtiges Album für dieses Jahr. Das mache ich sehr gerne. Und jetzt eine sehr ungelenke Überleitung, aber ein Genre, das sich doch sehr viel für Sex interessiert, ist doch, meint man zumindest, R'n'B. Wie ist denn so deine Beziehung zu dem Genre, Annette? Ist das was, was du schon auch seit deiner Kindheit hörst, was dich vielleicht in verschiedensten Phasen begleitet hat? Oder was ist so dein Interesse an dem Genre? Also Kindheit würde ich nicht sagen, weil ich hatte leider nicht das Glück, dass meine Eltern irgendwie so wahnsinnig musikaffine Menschen waren. Ich musste mir das dann alles selber erschließen. Also als Kind habe ich einfach das Radio lief mit gehört. Und ich habe aber, als ich dann selber angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, bin ich sofort über den Hip-Hop zum R'n'B und dann halt auch weiter so Soul, Jazz. Das war meine ganze Jugend. Also ich sage immer gern, ich glaube, das erste Mal, dass ich mich für Gitarrenmusik interessiert habe, da war ich auf jeden Fall schon mindestens 20. Also hat mich überhaupt nicht interessiert davor. Deswegen, ich habe eine sehr lange und sehr leidenschaftliche, innige Beziehung mit allem R'n'B angrenzenden Genres und Platten. Und ja, also wahrscheinlich, wenn man mich nach meinen zehn Lieblingsplatten fragt, dann sind acht davon, könnte man in diesem Genre irgendwie zuordnen oder angrenzenden Genres. Also das ist einfach, ja, das ist einfach das, was mich immer begleitet hat und was so mein musikalisches Zuhause auch einfach ist. Bei mir ist es vielleicht genau andersrum. Also ich habe eigentlich keine R'n'B-Vergangenheit. Ich habe mir eher so manchen älteren R'n'B durch eben den R'n'B, über den wir heute sprechen, also den zehnjährigen Future-R'n'B erschlossen. Aber bei mir war es dann so, dass ich dann wirklich mit Gitarrenmusik angefangen habe, im Gegensatz zu Annette. Aber im Laufe der Jahre ich immer mehr das Interesse an Gitarrenmusik verloren habe. Bei mir ist es auch eigentlich, na, ich glaube, vielleicht so ein bisschen dazwischen, weiß ich nicht. Also Gitarrenmusik hat mich auch erst viel, viel später ansatzweise interessiert. Ich bin halt so ein typisches Musikfernsehkind auch und hatte halt viel zu früh irgendwie eine Röhre im Kinderzimmer stehen. Das heißt, es lief dann immer wie bei MTV etc. Und dann kriegt man natürlich eine Menge mit. Und deshalb habe ich auch so eine sehr starke Beziehung, glaube ich, auch zu dem 90er R'n'B so ein bisschen. Also ich glaube, ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, jedem Aliyah-Fanclub vorstehen, wenn das irgendwie geht. Und ob es jetzt irgendwie Ginuwine, Brandy, TLC oder was auch immer ist oder später noch so Sachen wie Groove Theory, die man dann so kennengelernt hat oder was auch immer. So, da sehe ich mich halt total oder da höre ich mich total oder wie auch immer. Also deswegen bin ich da sehr, fühle ich mich da total zu Hause und mag das auch immer noch sehr. Musste dann aber auch sagen, dass das irgendwie dann später so ein bisschen verblasst ist, wenn man dann in den Teenagerjahren auch andere Sachen gehört hat. Und auch so ein bisschen vielleicht zum Teil mal so ein bisschen den Hip-Hop hinter sich gelassen hat und dann so mehr so in den elektronischen Bereichen gelandet ist und dann vielleicht auch so ein bisschen mal Gitarrenmusik gehört habe. Aber das kam dann halt dann echt so wieder mit dem letzten Jahrzehnt, muss ich sagen. Und mir ist dann, glaube ich, auch aufgefallen, dass es vielleicht daran liegt, dass eben viele Leute so meines Alters, die dann vielleicht so rund um 2009, 2010, 2011 oder so angefangen haben, so als Produzenten zu arbeiten und dann aus dieser ganzen Bassschiene irgendwie aus dem UK kamen oder so. Und dann natürlich die Musik ihrer Kindheit verarbeiten. Und die war dann eben auch so viel 90er-R'n'B. Und das tauchte dann halt so viel in Samples zum Beispiel auf. Und da kam das bei mir dann auch wieder so ein bisschen zurück, so diese Liebe oder Leidenschaft und dann auch so das Interesse. Was gibt es denn da jetzt eigentlich noch? Und eben, ja, also da dachte ich mir dann auch so, das war so diese Zeit, wo man dann so diesen R'n'B der 90er vielleicht wieder so ein bisschen so salon- oder clubfähig machen konnte oder wollte. Und dann habe ich mich dann auch über jedes Usher-Sample gefreut, was ich so gehört habe oder sowas. Weil man dann diesen Originalen dann eben diese Samples, ja, man hat diese Songs so entkernt so ein bisschen und steckt die dann in so ein, ja, so ein tanzbodenfreundliches Kleid. Und dann, ja, waren dann auch eben so Sachen wie Aliyah oder Brandy oder so hat man dann irgendwie oft gehört. Und, ja, es ist ja auch irgendwie nur natürlich, weil auch die, weiß ich nicht, die Rap-Sachen, die man dann aus den 90ern kennt, da haben die Leute dann natürlich auch das verarbeitet, was sie früher gehört haben. Und dann waren es vielleicht so diese Soul- oder Jazz- oder Funkplatten oder so der Eltern oder so aus den 70ern. Und so war es dann auch später mit den ganzen Bassleuten aus dem UK, die dann natürlich so den R'n'B wieder zurückgebracht haben, den sie in ihrer Kindheit gehört haben. Und das matchte, glaube ich, ganz gut so vom Alter her. Ja, und dann war vielleicht auch so ein bisschen, ja, die Dekade reif, auch für was Neues oder so. Und deswegen finde ich das so cool in den 10er Jahren, dass so dieses Post-Genre-R'n'B so ein bisschen aufkam, wenn man so möchte. Und wenn man dann so sieht, wie sich das alles so auch unterscheidet. Wenn man euch jetzt fragen würde, was gehört denn so zum Sound von R'n'B dazu? Also wie würdet ihr das Genre denn so an sich beschreiben, Annette? Oh, ich glaube, dass ganz viel von der, also wenn man jetzt über die Definition nachdenkt, also so ein Katalog, den man immer anlegt, wenn man einen Song hört, ist das jetzt R'n'B oder nicht? Ich glaube, ich entscheide immer relativ viel nach Gesang. Also wenn sich ein Gesang halt, wenn er irgendwie, ja, soulful ist und auf so eine gewisse, sehr runde, warme Art und Weise mit sehr vielen stimmlichen Verzierungen gesungen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich das Kriterium, eins davon und dann wahrscheinlich so eine gewisse Art von Beat, Downbeat. Es muss ja auch gar nicht, es gibt ja auch schnellen R'n'B. Ja, es ist so ein bisschen schwer zu sagen. Das ist, finde ich, sowieso jetzt eine interessante Frage, dass man, warum sich was überhaupt nach irgendwas anhört. Also wenn ich einen Song höre und denke, das klingt nach 80ern, dann weiß ich, dann habe ich, da habe ich das schon entschieden, bevor ich überhaupt weiß, warum. Aber ich glaube, Stimme und Beats. Es ist vielleicht auch so ein bisschen der Kontext oder so. Also wenn wir auch überlegen, wir haben ja gleich dann, entweder habt ihr es in den Shownotes schon gelesen oder ihr wartet, bis wir sie gleich vorlesen. Wir haben ja jetzt 16 Platten zusammengestellt. Und vielleicht ist dann so ein Album für sich genommen. Also es gibt so ein paar Grenzgänger, würde ich fast schon sagen, wo man dann überlegt, geht das, passt das überhaupt so richtig rein. Aber so im Kontext mit den anderen ergibt das schon wieder mehr Sinn. Aber ich würde so ein bisschen unterschreiben, was du auch gesagt hast, dass das so ein bisschen so die Mood oder so ein bisschen macht. Also aber auch dieses, der Gesang. Aber ich weiß, ich achte jetzt auch nicht immer auf den Text, aber zumindest so habe ich das gelernt damals, hatte ich immer das Gefühl, dass es immer so was sehr, also inhaltlich immer was sehr Intimes hat. Immer was stark, also zwischenmenschlich geprägt ist in den Lyrics auch. Also ich hatte jetzt selten das Gefühl, dass gerade in den 90ern R'n'B, also zumindest das, was ich dann natürlich mitbekommen habe als Kind, auch übers Musikfernsehen, dass das selten inhaltlich in anderen Welten spielte, außer Boyfriend-Girlfriend-Stuff oder so. Also so habe ich das zumindest damals so ein bisschen immer gedacht, dass das so ein bisschen dazugehört. Aber ich finde, wenn wir jetzt auch so ein bisschen über die, wenn wir dann über die Alben sprechen, die wir jetzt heute haben, ist das ja eigentlich nicht mehr so der Fall. Also nicht zwingend. Naja, vor allem, weil ja auch, ich würde sagen, Popmusik, also dieses Boyfriend-Girlfriend-Girlfriend-Girlfriend-Boyfriend-Boyfriend-Ding, um das modern zu updaten, ist ja sowieso Pop-Thema Nummer eins und wird es ja auch immer bleiben. Ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass es immer um so Liebe, Beziehungen geht oder ging, aber auf jeden Fall um Emotionen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ich mit Stimme gerade meinte. Also es ist so eine Musik, die versucht sozusagen der sehr menschlichen, keine Ahnung, leidenschaftlichen, emotionalen Seite halt irgendwie eine akustische Form zu geben, einen Ausdruck dafür zu finden. Also ich glaube, Annett hat schon die richtige Definition geliefert. Es geht um die Stimme. Wenn wir jetzt von den ganzen 16 Alben, die wir in der Liste haben, die Gesangsspur wegnehmen würden, glaube ich, dass wir nicht mehr sagen würden, dass das R'n'B ist. Und ich glaube, das zeichnet auch den 10er-R'n'B aus, dass du einen in gewisser Weise R'n'B-haften Gesang hast zu einer Musik, die man nicht unbedingt mit R'n'B in Verbindung bringt. Also bevor wir gleich zu der Liste kommen, wenn wir jetzt, wenn wir gerade so ein bisschen kurz über die 90er und über die 10er sprechen, wer sowieso, hattet ihr das Gefühl, dass in den Nullern denn auch so viel Aufregendes in dem Bereich passiert ist? Also mein Gefühl war immer, aber es kann natürlich auch einfach was damit zu tun haben, dass ich mich da von Haus aus nicht so viel damit beschäftigt habe, weil ich woanders unterwegs war, dass diese Innovation oder dieses Aufregende wirklich erst mit den 10ern wieder aufkam und in den Nullern noch so ein bisschen die 90er weiter verwaltet wurden auf eine Art. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gehört? Was kam denn so in den, ich habe gerade überlegt, was war denn, was gab es denn in den Nullern so an R'n'B? Helf mir mal kurz. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist, was ich mir dachte, was ich auch wirklich mochte, ist nochmal hier Ashanti, Only You, würde ich jeden Tag hören, wenn es geht, aber. Destiny's Child ist ja auch Nuller. Stimmt, ja genau. Noch viel Anfang Nuller, die letzten Alben, ja. Ja, ich meine, ja klar, Beyoncé, ne? Erstes, also Solo-Album, erste 2003. Die ist natürlich toll, aber du hast schon recht, innovativ ist das jetzt nicht gerade gewesen. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass diese ganzen Produktionen so. Dr. Dre und so mit dann auch Justin Timberlake und diese ganze, das war jetzt auch nicht uninnovativ in a way. Also es gab da schon so ein paar, naja, wahrscheinlich ist es einfach der Brückenschlag auch gewesen, oder? Zwischen 90er und dann, was dann an Innovation dann nochmal zehn Jahre später passiert ist. Ja, in another way kann man dann aber auch sagen, dass sich ja vielleicht dann trotzdem auch so diese Platten wie Luz von Nelly Furtado oder Future Sex Love Sounds, dass die sich, ich meine, die kam sogar im selben Jahr raus, glaube ich, 2006, beides ja Timberland-Platten in dem Sinne, dass das ja dann auch so ein Producers-Game so ein bisschen ist. Und dass da vielleicht dann aber auch eher so was Austauschbares noch drauf war, was ich jetzt bei den Platten, die wir heute haben, halt überhaupt nicht höre. Oder wo ich das halt wirklich auch viel mehr mit den KünstlerInnen auch verbinde, was da passiert auf den Platten. Gerade wenn wir, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass Frank Ocean dabei ist, also warum sollten wir diese Folge machen, wenn wir nicht über Frank Ocean sprechen? Also das, glaube ich, ist halt vielleicht, was noch so ein Unterschied gewesen sein kann. Also dass man dann sagt, okay, das sind dann eher so die neuen Timberland-Alben und jetzt singt aber halt einfach mal Nelly Furtado einmal ein bisschen anders und hat ein paar andere verschwitzte Beats irgendwie unten drunter und dann machen wir morgen wieder ganz normal weiter. Ich weiß nicht so genau. Hat dich das viel beschäftigt in den Szenern, Albert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und was, weil du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hast, ist, dass diese Gleichförmigkeit in den Szenern nicht zu erkennen ist in der Musik. Ich glaube, das liegt an der Art, wie man sich mit ihr beschäftigt, also wie tief man sich mit ihr beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt einem ausgesprochenen Gitarrenmenschen diese 16 Alben vorspielen, dass der dann sagen würde, klingt doch alles gleich. Also ich mag mich über den Nullerjahre R'n'B gar nicht äußern, weil ich da keine Expertise habe. Zum Jahrzehntewechsel so ein bisschen, da hatte ich so das Gefühl, wir sind gerade in dieser David-Getterisierung so des R'n'B angelangt. Also ich musste dann auch nochmal vergleichen. Ich hatte damals beim Musikexpress Anfang der 10er Jahre so einen Text darüber geschrieben, wie sich das so gewandelt hat und wo diese ganze UK-Soul-Welle gerade herkommt und musste dann auch an Usher nochmal denken. Also habe dann so geguckt, 1997 kam You Make Me Wanna raus und dann vergleicht man das. 2010 kam hier, Gott, wie heißt das nochmal, DJ Got Us Falling In Love Again oder sowas. Also wie krass dieser Unterschied da einfach in diesem Sound gewesen ist. Und alles war halt voll auf die 12, hatte halt diese superlauten Kirmeshaus-Sounds so auf eine Art drunter, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber ich fand, das war eine Zeit lang schon ziemlich auffällig. Und vielleicht war dann ja auch so der Bedarf auch einfach da, nach mal wieder etwas anderem oder so. Aber eine Zeit lang war das ja schon echt stark. Also auch jemand wie Rihanna oder so war dann ja plötzlich voll auf dieser Sound-Ebene unterwegs. Habt ihr das auch so empfunden? Ja, total. Aber es ist natürlich ja auch immer so ein großer Unterschied, ob man jetzt über Musik spricht, die ja für die, also Rihanna, das sollte ja verkaufen. Verkaufen, das sollte ja ein Hit sein und auch in einem, ja, also verbindenden Sinne. Das sollten halt die cool finden, die R'n'B hören, aber auch die, die, keine Ahnung, einfach das Radio anschalten. Und ich würde sagen, die Platten, die, über die wir jetzt auch dann gleich reden, die haben diesen Anspruch ja erst mal nicht unbedingt. Da sind halt irgendwie KünstlerInnen, die einfach zu Hause sitzen und irgendwie einen Ausdruck für was finden wollen, was in ihnen drin sitzt. Und manche davon haben dann eben auch, sind sozusagen vielleicht sogar auch überraschend in den Mainstream gebrochen. Aber das ist natürlich immer ein ganz großer Unterschied, über was man da redet. Ich glaube aber, dass du recht hast, weil halt in den, jetzt so in den letzten zehn Jahren halt eben viel rumprobiert wurde mit, inwiefern die elektronischen, also elektronische Produktion und R'n'B, also wie die sich so annähern und wie die so, also es war wie so ein Tango-Tanz zwischen diesen beiden Seiten. Und da wurde super viel ausprobiert und rumprobiert und da ist sehr viel Spannendes einfach entstanden. Und das stimmt schon, das war nicht so sehr so in den, in den, in den Nullerjahren. Oder vielleicht erinnere ich mich auch einfach nur nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber genau. Das werden wir dann feststellen, wenn wir die Turnierfolge mit den Nuller R'n'B plattieren. Genau, das machen wir dann. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne nochmal eine zu den 90ern irgendwann machen und dann vielleicht mit Songs dann sogar einfach, weil da bin ich dann glaube ich erst recht ein bisschen Mainstreaming unterwegs, aber wenn ich dann wirklich mit acht vom Fernseher saß, dann was soll da sonst auch passieren. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal diese Platten angesprochen und sind drumrum getänzelt. Jetzt kann ich doch einfach auch mal vorlesen, um wen es hier geht. Ich habe das jetzt einmal alphabetisch sortiert. Ich sage mal dazu, wir haben jeder eine 16er Liste abgegeben und die dann zusammengestellt, aber jeder und jeder von uns hatte die Möglichkeit, eine Wildcard zu vergeben. Das heißt, eine Platte, die definitiv hier eine Rolle spielt. Ob sie jetzt Erfolgschancen hat, das Ding jetzt zu gewinnen, sei mal dahingestellt. Aber einfach, dass sie hier Erwähnung findet und dann auch besprochen werden kann. Und zwar haben wir Abra Rose 2015, dann direkt meine Wildcard, ATOS A Taste of Struggle 2014. Wir haben James Blake von James Blake 2011. Wir haben Bon Iver, 22 A Million 2016. Blood Orange, Cupid Deluxe 2013. FKA Twix LP1 2014. Ink No World 2013. Kelela, Take Me Apart 2017. Dann Alberts Wildcard, La Fonda, Ancestor Boy 2019. Jesse Lancer, Pull My Hair Back 2013. Frank Ocean Blonde 2016. Seftalisa, Eason 2017. Annettes Wildcard, Solange mit When I Get Home 2019. Wir haben jetzt zwei Alben, die Devotion heißen, ist mir aufgefallen. Tearser, Devotion 2018. Und Jesse Ware, Devotion 2012. Und wir haben The Weekend, House of Balloons 2011. Und jeder und jeder von uns wird noch die Möglichkeit haben, so ein bisschen auch darüber zu sprechen im Laufe der Folge, was ihr oder ihm so fehlte. Aber letztlich glaube ich, wenn man sich diese Liste so anguckt, ist da schon eine Menge dabei, was auch wirklich dieses Jahrzehnt geprägt hat und vielleicht auch zeigt, in welche Richtung das so ging. Weil ich, die wenigsten Platten sind so wirklich, wirklich, wirklich miteinander vergleichbar. Und ich finde, das macht es irgendwie spannend. Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall, wir haben da schon eine ganz gute Liste, glaube ich, eine Turnierliste zusammengestellt. Was ja aber meiner Erfahrung nach immer passiert, wenn mindestens drei Leute Input geben. Das, da kommt eigentlich immer was Gutes bei raus, weil es einfach eine schöne Mischung ist. Und ja, also ich bin jetzt einfach auch, ich bin, wir müssen jetzt anfangen, weil ich bin jetzt auch gespannt auf die Paarung. Ich will das jetzt auch endlich, weil ich habe natürlich meine Favoriten im Kopf, aber ich habe ja noch, ich weiß ja noch nicht, welche jetzt gegeneinander antreten. Ja, es wird wehtun. Ja, ihr wollt, dass es losgeht, ich will auch, dass es losgeht und es ist wirklich, es ist kein Scheiß. Die erste Paarung im Achtelfinale, ich glaube, da muss ich mich auch direkt bei Albert entschuldigen, aber ja, ich sage einfach mal, was jetzt kommt. Es kommt, James Blake von James Blake gegen Frank Ocean Blond, das erste Achtelfinale. Super, wunderbar. Eine von diesen Platten muss jetzt schon rausfliegen und ... Ist praktisch unmöglich, wir müssen abbrechen. Ja, alles klar, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten regulären Folge. Ja, kann, möchte jemand von euch sich versuchen, dem anzunähern, was die einzelnen Platten vielleicht bedeuten, ohne vielleicht ins Duell zu gehen oder vielleicht auch direkt ins Duell zu gehen, je nachdem. Albert, du findest doch, ich weiß, dass du beide wirklich sehr liebst. Ich leide, ich leide. Also, ich meine, das James-Blake-Album ist natürlich aus dem Grund wichtig, weil es quasi der Startpunkt war dieser ganzen Sache. Also, wenn man es nicht mag, dann muss man trotzdem anerkennen, dass es ein wichtiges Album war. Also, ich mag es, ich mag es und ich finde es wichtig. Und Frank Ocean ist eins meiner persönlichen Lieblingsalben der Zehnerjahre. Und ich finde halt, dass man in dem Album diese Soundästhetik, die James-Blake mit erfunden hat, dann irgendwie ausgearbeitet wird. Also, man kann sagen, das Frank Ocean-Album ist ein Resultat des James-Blake-Albums. Und deshalb finde ich es sehr, sehr bitter, dass die beiden Alben in der ersten Runde aufeinandertreffen. Ja, die sind so ein bisschen eigentlich fast, das könnte jetzt auch das Finale sein. Das würde mich jetzt nicht wundern. Nein, das stimmt. Wenn wir die Zeit vorgespult hätten und ich hätte jetzt irgendwie ein Blackout gehabt und ihr würdet jetzt sagen, wir sind im Finale. James-Blake gegen Frank Ocean. Also, ich glaube, dass Albert schon recht hat. Es würde dieses Frank Ocean-Album ohne das James-Blake-Album nicht geben. Andererseits ist natürlich Frank Ocean, hat ja nochmal auch andere Sachen reingebracht, die ja nicht um, die gar nicht von James-Blake kommen. Die so sehr irgendwie sein eigener Zugang sind und das ist total schwer. Ich habe auch, ich habe mir hier in meinen Notizen, habe ich so ein kleines, wie so ein Punktesystem gemacht, um dann schneller entscheiden zu können, wie ich in den Paarungen verfahre. Und die haben einfach beide Höchstpunktzahl bei mir. Und ich muss dazu sagen, es haben nur drei Platten insgesamt, diese Höchstpunktzahl. Also, ihr könnt ja noch ein bisschen überlegen. Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ich würde sagen, mir ist es relativ egal, wer weiterkommt. Und zwar nicht, weil ich beide nicht mag, sondern weil ich beide für andere Sachen mag. Das klingt dann immer so ein bisschen blöd. Ich finde, also, was ich an James-Blake so mochte und mag, ist, dass er ist halt dieses super Beispiel für das, was ich vorhin einmal meinte, diese Vermengung, so diese fließenden Übergänge, so dieses Spät-Nuller und Früh-Zwölfer, so Post-Bass, Post-Dubstep-Ding. Da kommt er ja eigentlich auch her und diese ganzen Leerstellen, Subbässe, diese super reduzierte Atmosphäre und alles, dieses ganze schöne, dieses Warm-Digitale so ein bisschen aus dem Bass und dem Rave kommt. Das hat er dann in einem für mich halt wirklich, also, ich habe das Album so nicht kommen sehen, nachdem was halt zuvor kam. Und ich weiß nicht, also, also, so entscheidend sind für mich bei ihm so ein bisschen die Jahre davor, glaube ich. Also, was so zwischen 2.8 und 2.10, was er so gemacht hat, ist, finde ich halt in weiten Teilen so mit das Beste, was diese super, weiß nicht, skelettierte, so Post-Dubstep-Musik eigentlich so überhaupt hatte. Und das war ja schon diese Reaktion auf dieses, dieses Grummelne, dieses Ultra-Diepe, dieses immer so auf 140 BPM agierende. Geheimnisvoll ist, dass alles bei ihm geblieben hatte, dann aber so eine, ja, so eine, so eine IDM-Leichtigkeit so ein bisschen. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass so Blake auch mit Mount Kimby viel zusammen gemacht hat oder so weiter. Also, das, das, das passte schon alles so wunderbar zusammen. Und natürlich ergibt es auch Sinn, dass er dann, wenn er Musik macht, die viel über seine Stimme kommt. Das hat übrigens auch geholfen, dass ich dann irgendwie herausgefunden habe, dass das von Anfang an sein Plan war. Damals habe ich nur irgendwelche Verschwörungstheorien geglaubt, dass er irgendwie vom Label irgendwie angequatscht wurde und gesagt hat, jetzt sing doch mal. Nein, das wollte er von Anfang an machen. Aber mir haben diese, diese Sachen, die er zuvor gemacht hat und dann war das sogar, da kommt jetzt wieder Aliyah ins Spiel. Er hat ja vorher dieses CMYK-EP gemacht, wo er dann diesen, diesen so wunderschönen gebündelten Hass auf blöde Typen von Aliyah und Kelis so zusammen gemasht hat und so. Das fand ich alles so großartig. Und war dann so ein bisschen von diesem Album enttäuscht, weil das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Muss aber sagen, so jetzt, zehn Jahre später oder elf Jahre später, kann ich das natürlich ganz, ganz anders schätzen. Und bei Frank Ocean war es so, dass er ja, finde ich, sein bestes Projekt kam im selben Jahr raus wie das James-Black-Album, nämlich Nostalgia Ultra. Das, da kommen wir später noch zu. Ich habe ja gesagt, The Weeknd ist mit dabei. Aber so Frank Ocean und The Weeknd kann man gar nicht meinen, dass man die irgendwann mal auch zusammengepackt hat. Aber als die beiden mit ihren Mixtapes rauskamen, hatten beide halt so eine ultra krasse so Popkultur-Affinität und haben dann auch plötzlich, dass ich Frank Ocean hat, was hat er noch gesampelt? Radiohead oder so war dabei, irgendwelche Playstation-Sounds. Bei The Weeknd hast du dann plötzlich irgendwie Beach House oder so gehört. Und ich fand das halt saukool und war halt riesen Fan davon und fand dann auch noch Channel Orange ganz cool. Muss aber wirklich sagen, dass bei, also Blond ist jetzt nichts, was bei mir so richtig krass geblieben ist mit der Zeit. Ich habe es jetzt auch noch mal gehört und habe dann bei Last.fm gesehen, dass ich die Platte seit 2017 noch nicht mehr gehört habe und auch nie den Drang irgendwie so richtig hatte. Auch wenn ich Nostalgia Ultra wirklich liebe, es geht hier ja eigentlich um Blond. Und auch wenn ich die frühen James-Black-Sachen irgendwie noch lieber mag, würde ich dann trotzdem seinem Album jetzt den Punkt geben. Also mein Punkt geht an James-Blake an der Stelle. Ach ja, ich, mir ging es um, ich war auch immer ein großer Fan von den frühen Frank Ocean-Sachen, auch insbesondere Channel Orange. Und Blond hat bei mir so ein bisschen gedauert, tatsächlich. Und als ich dann aber einmal, das ist so, das war so ein Album, keine Ahnung, das musste ich irgendwie fünf, sechs Mal hören und dann auf einmal klick. Und ich habe das, das ist tatsächlich so ein Album, was ich wirklich viel gehört habe. Also immer, auch dieses Jahr, also das hat mich immer begleitet, das mache ich mir immer wieder an. Immer wenn ich mal eine Playlist mache, sehr wahrscheinlich, dass irgendein Song von diesem Album irgendwie da in diese Playlist reingerät. Und James-Blake habe ich jetzt natürlich, jetzt hatte ich jetzt länger nicht gehört, aber ich fand es total schön, dass ihr mir den Anlass gegeben habt, diese Platte nochmal in einem Stück durchzuhören. Das hatte ich sehr lange nicht gemacht. Und ich war so krass, weil das ist jetzt elf Jahre alt, dieses Album. Und es ist so gut gealtert. Also das hat mich wirklich echt nochmal umgehauen beim Nachhören. Ja, 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 das ist schwierig, aber ich mache es jetzt mal so nach Immediate Impact sozusagen. Also welches Album hat mich krasser umgehauen in dem Moment, als es mir begegnet ist? Und da muss ich auch, muss ich tatsächlich James-Blake den Punkt geben. Ich dachte, du schiebst allweit jetzt die Entscheidung zu. Nee, ich mache es jetzt einfach schon. Ich habe aber gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt wirklich entschieden, überlegt, was ich. Und ich finde es wirklich total schwer, aber James-Blake war wirklich damals so, ich weiß noch genau, ich habe das gehört und das ist so voll in meine Welt gekracht. So wirklich so, boah, also so richtig so, das ist so dieses Emoji mit dem explodierenden Kopf für mich, dieses Album. Und Frank Ocean, da musste ich mich so rantasten oder nicht ich musste, sondern das ist so, das war eher so ein Prozess. Und genau, deswegen würde ich jetzt nach Immediate Impact entscheiden, dass ich, dass ich James-Blake, dass ich James-Blake den Punkt gebe. Aber vielleicht muss man, weil wir ja dann jetzt über Frank Ocean noch kurz ein bisschen länger reden müssen. Was so, so, so wichtig ist und wahrscheinlich kann man das gar nicht oft genug betonen, bei Frank Ocean ist ja auch einfach, wie wichtig er als Figur, als Person für dieses Genre war. Also er kommt ja auch eigentlich aus dem Hip-Hop oder aus einem sehr Hip-Hop nahen R'n'B und das aus diesem so krass männlich-heterosexuell geprägten Genre da reinzugehen als Typ und sich halt irgendwie zu, also auch in seinen Songs zu outen als, ja man weiß es ja bis heute immer noch nicht ganz genau, aber mindestens Bi. Das ist so, so wichtig gewesen auch für die, auch das, was wir heute so genderfluid oder das, ich meine nicht, das hat man in den 80ern auch schon so genannt, aber was so wichtig ist für den Sound heute, also das, was man so, was so für die Gen Z so prägend ist auch, also das, was wir jetzt 2022 hören, so Steve Lacey und so, was ja auch übrigens, wir kommen ja aus dem selben Umfeld. Das ist einfach das, also diesen Hit, den jetzt Steve Lacey gerade diesen Sommer hat mit Bad Habits, den würde es nicht geben, wenn Frank Ocean damals das nicht gemacht hätte. Das ist eine ganz, ganz gerade direkte Verbindung, so wichtig gewesen. Ja, Frank Ocean aus dem, da hattest du angesprochen, ja, aus dem Odd Future, Cosmos, so Wolfgang und um Tyler the Creator. Ja, also Albert, bevor du deinen Liebesbrief vorliest zu Blond, es ist, also liebe Zuhörerin, bleib bitte dran, auch wenn wir jetzt wirklich im allerersten Duell so mit den, also ich hab gedacht, das Ding gewinnt am Ende. Wenn wir jetzt im allerersten Duell den Top-Favoriten schon raushauen, das ist schon krass, aber ich finde trotzdem, das muss man wirklich auch nochmal betonen, dass er wirklich für diese, für diese Dekade und das Genre insgesamt halt wirklich so mit die, die wichtigste Figur und auch wirklich die, die spannendste Figur und Person einfach gewesen ist. Das ist einfach dieser ganze, dieser ganze Vorlauf auch vor, vor Blond, ne, als es auch noch Boys Don't Cry hieß und alles und wie lange man darauf gewartet hat, dann diese Geschichte mit diesem Endless, diesem Visual Album, was dann irgendwie noch irgendwie ein paar Tage vorher kam und alles mögliche, dieser ganze Hype auch nach Channel Orange und so weiter und dass man da dann auch seine, seine Briefe gelesen hat und alles mögliche und ja, also es bleibt einfach eine, eine super wichtige Person für das Jahrzehnt. Ich hab mich ja noch gar nicht entschieden, ne? Achso, ja natürlich, klar, aber also, aber es ist trotzdem durch, also Frank Ocean ist leider draußen. Selbstverständlich, ja. Ne, also Blond ist für mich oder war für mich eine Offenbarung, James Blake natürlich auch in gewisser Weise, nur ist es so, dass Blond für mich heute mehr bedeutet als James, als das James-Blake-Album, weil ich es einfach auch öfters höre, aber, also man kann, man kann ja die Entscheidung unterschiedlich angehen. Ich würde mal sagen, James Blake ist die Kopfentscheidung zu sagen, hey, das Album war wichtig, damit ist es eigentlich losgegangen und Frank Ocean ist die Herzentscheidung. Das ist mir eigentlich das liebere Album, aber, und jetzt werdet ihr staunen, ich habe mich auch für James Blake entschieden. Oh. Ich war sogar kurz davor, meine Stimme noch zu ändern, aber es ist ja dann jetzt eh egal, okay. Also, der Kopf hat entschieden, Albert. Mhm. Sind wir da beim R&B dann richtig? Entscheidet da denn immer der Kopf? Nein, eigentlich nicht, aber man kann es ja mal gucken. Und da entscheiden noch Herz und Hose, keine Ahnung, aber, ja. Aber ich habe mich gerade auch über mich gewundert tatsächlich, als ich es entschieden habe. Ich muss das vielleicht nochmal, also ich … Ja, sollen wir uns umentscheiden? Nein, 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 es ist tatsächlich so, wie Albert das gesagt hat, also jetzt heute im Jahr 2022 ist das Frank Ocean Album viel wichtiger für mich. Ich höre das viel mehr, das hat mich auch irgendwie, ja, das begleitet mich einfach immer noch. Also, das wäre die Herzplatte, weil irgendwie dachte ich gerade, wenn ich danach gehe, was mich irgendwie in dem Moment mehr umgehauen hat, weil es halt einfach neuer war vom Sound, dann muss ich einfach James Black sagen, ja. Also, es war auch so ein bisschen Kopf, aber ein, vielleicht ein emotionserfüllter Kopf auch. Vielleicht machen wir so eine Mischung. Ich muss es nochmal sagen, bleibt bitte dran, es kommen noch andere Luteile im No Boy Frank Ocean. Wir können ihn auch immer wieder, auch in den Honorable Mentions nochmal erwähnen. Da hatte ich sowieso vor, nochmal Nostalgia Ultra zu erwähnen. Aber ja, okay, James Black kommt weiter und zwar mit einem nicht so erwarteten 3 zu 0, also bemerkenswert. Aber umso besser, dass wir uns da auch einig sind, das ist doch gut. Machen wir weiter mit dem zweiten Achtelfinale und zwar gab es gerade, gut, wir haben eh kaum Männer in der Runde, ehrlich gesagt, dann sind sogar noch zwei direkt gegeneinander angetreten. Jetzt haben wir FKA Twix LP1 gegen Tiersa Devotion. Annette, was wäre da dein Favorit und warum? FKA Twix oder Tiersa? Och, das ist eine interessante Mischung. Also ich muss sagen, FKA Twix, die natürlich, das wäre jetzt so eine ähnliche Kopfplatte auch wie James Blake, weil die natürlich so unglaublich wichtig gewesen ist für diesen Sound und für das, was wir jetzt auch irgendwie als dieses Genre bezeichnen, über das wir diese ganze Folge machen. Und natürlich auch mit so einem krass künstlerischen Anspruch, auch visuell und also so als Gesamtkunstwerk, ist das ja so sehr wichtig gewesen, was sie da gemacht hat. Und Tiersa wiederum, auch ein paar Jahre später, bei der ist ja das Besondere dieses krass Reduzierte. Also ich finde die sogar fast ein bisschen gegenläufig. Also Tiersa macht ja so R&B-Musik, die so super easy, fizy klingt, so als ob das jeder irgendwie im Schlafzimmer nachproduzieren könnte. Aber eigentlich ist es total besonders und ganz, ja wie soll ich sagen, also das kann überhaupt nicht jeder nachmachen. Also das ist so eine ganz besondere Sound-Ästhetik, für die sie wahrscheinlich auch echt eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie die so raus hatte. Und ja, FKA-Tricks, das sind ja auch so ein bisschen so Angeberproduktionen. Also die sind halt natürlich alle geil, aber die wollen auch so klingen, als ob sich da jemand ganz so Mühe gegeben hat. Das muss aber tatsächlich, ich glaube, das muss an FKA-Tricks gehen. Auch wenn ich die, das ist eine dieser Platten, die so wichtig sind, die ich aber komischerweise gar nicht, nie so viel gehört habe. Also das ist keine Herzplatte von mir, aber die ist einfach so enorm wichtig und auch enorm gut gealtert, habe ich gedacht. Ich habe es gestern noch mal gehört und war überrascht, wie, auch schon acht Jahre alt, wie gut das gealtert ist. Also ich glaube, ich gehe mit FKA-Tricks, das ist, ich würde sagen, das ist auch so die Platte, die auf dem Höhepunkt dieses Hypes veröffentlicht wurde. Würdet ihr das unterstreichen? So 2014, als diese ganzen James Blake und die ersten Kelela-Platten irgendwie schon raus waren und dann kam halt FKA-Tricks und man dachte so, jetzt bricht die Welle dieses Hypes. Ja, es war so kurz, kurz bevor R'n'B dann noch mal was anderes durfte, wobei FKA-Tricks das auch so ein bisschen vorweggegriffen hat, so dieses, dieser ganze Sophie-R'n'B, ne? Also wo dann wirklich auch noch so dieses Neusige, also dieses richtig Neusige so dazu durfte. Und eigentlich hat FKA-Tricks das auch schon so ein bisschen vorweggegriffen, weil da sind ja wirklich so ein paar sehr so harsche Trap-Beats irgendwie so mit dabei und dann trotzdem auch so dieses, ja, dieses so ein bisschen so auf Epicness auch getrimmter, also sowohl stimmlicher als auch von der Produktion. Und da ist halt hier schon, beziehungsweise Devotion ja schon echt wirklich das Gegenteil, auch mit ihrem zweiten Album, was jetzt, letztes Jahr war es ja, ne? Genau. Rauskam und wir haben zwar auch gesagt, also manchmal ist es ja so ein bisschen so ein Producers-Game und da ist ja dann auch Mikachu, glaube ich, auch voll so ein wichtiger Faktor. Die haben ja auch zusammen so viel Musik gemacht und sie hat das Album produziert. Und ich finde auch gerade, ich finde das fast schwerer, dann so eine reduzierte Platte so eindringlich zu machen. Und das ist eben, dass man so vielleicht, so wie du es gesagt hast, am Anfang denkt, so ja, okay, ne? So dieser Bedroom-R'n'B kann ja erstmal jeder. Aber dann stellen wir natürlich fest, dass es natürlich überhaupt nicht geht, weil so ein Song wie Gladly von der Tierser-Platte, das ist so einer meiner Lieblingssongs der Dekade, das ist halt so, das ist halt so schön und geht so rein, also wirklich ohne Umwege, halt wirklich mitten ins Herz. Und das kann dann wirklich auch, aber dann kann dann auch wirklich nicht jeder. Und selbst wenn sie dann eher so tanzorientierte Tracks gemacht hat, also dieses I'm Not Dancing zum Beispiel ein paar Jahre vorher, selbst das wirkte ja dann so minimalistisch und windschief auf eine Art, aber war dann halt trotzdem ultra catchy und das kann sie dann auch mit diesen kleinen R'n'B-Perlen so ein bisschen. Also ich mag beide Alben sehr. Wir haben uns ja über beide Tierser-Alben im Podcast unterhalten und ja, dieses minimalistische, die Stimme und die schwarsamen Effekte, dieses experimentelle Edge, das mag ich sehr. Aber mir fällt trotzdem die Entscheidung leicht, weil FK Twix LP1 einfach ein wichtiges Überalbum ist, also für das Genre. Und was Annette sagt, man kann es heute anhören, also man hört es nicht an und sagt, oh Gott, dieser alte Scheiß, das ist immer noch so gut und so wichtig, wie es damals war. Wenn es auch nicht ganz so crazy ist wie die EP1, die sie vorher veröffentlicht hat. Also ich entscheide mich für FK Twix. Mein Favorite war die EP2, weil da hier Water Me drauf war. Das finde ich ist immer noch ihr bester Song, aber soll mit dem Album nichts zu tun haben. Ja, dadurch ist das ja entschieden. Meine Stimme wäre aber so oder so an Tierser gegangen, glaube ich, weil mir das am Ende doch näher geht. Also bei FK Twix kann ich die Sounds feiern und die Songs feiern und auch dazu feiern. Aber ich glaube, dass letzten Endes hier dann nicht meine Füße, sondern mein Herz entscheiden würde. Und ich hätte dann oder beziehungsweise ich gebe Tierser den Punkt, auch wenn das letzten Endes nicht viel bringt. Dann kommt auf jeden Fall FK Twix weiter mit einem 2 zu 1 und steht im Viertelfinale. Und wir machen mal weiter mit der dritten Paarung. Und zwar ist das The Weeknd, House of Balloons 2011 gegen Jesse Lancer, Pull My Hair Back 2013. Albert. Ich gebe erst mal meine Entscheidung bekannt und dann versuche ich das zu erklären. Ich bin da auf jeden Fall bei Jesse Lancer. War für mich das viel wichtigere Album. Bei The Weeknd ist es so, ich bin ein leidenschaftlicher The Weeknd-Skeptiker bei allem, was er nach den drei Mixtapes 2011 gemacht hat. Und von diesen Mixtapes war House of Balloons mir das Liebste, weil The Weeknd da auch irgendwie eine neue Richtung aufgezeigt hat, wie R'n'B klingen kann. Und danach hat er sich ja schon sehr dem Mainstream angebiedert. Ich weiß gar nicht, ob man die Musik, die er heute macht, überhaupt noch als R'n'B bezeichnen würde. Und Jesse Lancer war ja dann so eine Art Pionierin dieses Genres. Damals hat man noch nicht so gewusst, wohin geht die Reise überhaupt. Und Pull My Hair Bag, das war schon sehr puristische Musik, aus der man den Dubstep noch sehr deutlich rausgehört hat. Und eben halt auch schön zweigeteilt, was diese Genre ausmacht. Musik, Post, Dubstep, Gesang, R'n'B. Meine Stimme geht an Jesse Lancer. Ich würde dir erst mal absolut zustimmen. Also ich bin auch sehr großer Weekend-Skeptiker bei allem, was nach den Mixtapes rauskam. Ich finde aber, das hatte ich ja bei Frank Ocean schon mal angesprochen, dieser Sommer 2011, als eben beide so aufkamen und eben House of Balloons draußen war und Nostalgia Ultra rauskam. Ich fand das so aufregend. Also ich war da wirklich komplett befangen und fand das auch so cool, dass so beide Platten so auf eine Art so viral gingen und so per so, wie soll man sagen, so Tastatur-zu-Tastatur-Propaganda so durchs Netz gehypt wurden. Und klar war da auch textlich schon manches ein bisschen sehr cringy bei Weekend, aber ich fand trotzdem dieses so, dieses düster, verwochene, so Sexed-Up-Ding, ich fand das irgendwie schon, ich fand das saukool. Und dazu kam dann eben natürlich, dass da der beste Beach-House-Song überhaupt gesappelt wurde, nämlich Master of None und mochte da so viel dran und hab die Platte jetzt auch gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gehört und da hat sich nichts dran geändert. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Die anderen beiden Tapes aus dem Jahr, es ist ja eigentlich schon bemerkenswert, dass einfach mal drei Alben rauskamen, immer halt von einem halben Jahr oder so und es war dann auch mit jedem Release einfach total aufregend. Aber House of Balloons ist immer noch eine tolle Platte, muss aber dann auch sagen, Jesse Lancer ist einfach insgesamt eine meiner absoluten Lieblingsmusikerinnen und ich stehe einfach mega auf jede ihrer Platten, die auch zum Glück immer so ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen. Also bei Oh No 2016 war es ja dann auch viel schon so Club- und Footwork-Kram und bei der letzten Platte ging es auch viel in so eine 80s-Pop- und R'n'B-Richtung, aber ich finde diese sehr so Slick, so dieser Bass-R'n'B-Mix oder so weiter, der dann auch, natürlich kam das auf Hyperdub raus, also es passte auch einfach wieder so gut, das hat mich sehr beeindruckt und geprägt, dann zwei Jahre später, also 2013, und so gerne ich House of Balloons hier auch in der Liste haben wollte, um einfach auch dieses Thema anzusprechen, was so diese Frühzehner-Mixtape-Nummer angeht oder so. Also es gibt dann auch, ja, das war mir dann schon auch wichtig, aber ich muss, bei der Paarung kann ich nicht anders als Pulma Herbeck den Punkt zu geben. Ich finde es sehr gut, dass ich das jetzt nicht entscheiden muss in dieser Paarung, weil das sind so, da liegt nicht so viel Herzblut in dieser Paarung von mir aus, deswegen finde ich es gut, dass ich das nicht entscheide. Interessanterweise, das, was du gerade beschrieben hast, dieser krasse Hype um The Weekend, auch 2011, an den erinnere ich mich nur passiv. Ich erinnere mich daran, dass mir damals ganz viele Leute erzählt haben, hast du schon House of Balloons gehört? Und dann das zweite und dritte Mixtape. Und ich habe das alles mitbekommen und mir war total klar, dass das irgendwie wichtig war und irgendwie hat es mich aber nicht gekriegt. Ich habe das eigentlich, ich habe das dann so einmal angehört, habe gedacht, ja, und dann war es wieder komplett weg von meiner Liste. Also es waren so Sachen, die ich einfach nie wirklich gehört habe. Mich hat es irgendwie nicht so interessiert. Und interessanterweise Jesse Lanza, die kam erst später bei mir an. Also die habe ich irgendwie 2013 überhaupt noch nicht so auf dem Schirm. Die kam echt erst so mit Oh No oder vor allem eigentlich mit All The Time, was ja gar nicht mehr in die Dekade passt. Das war, glaube ich, schon 2020. Ja. Das mochte ich sehr, 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 das Album. Also die hat mich irgendwie, da habe ich so ein bisschen den Anfang verpasst. Und ich glaube, ich hätte mich, wäre jetzt aber auch für Jesse Lanza entschieden, einfach, weil ich die, weil ich die einfach, also weil ich es dann auch mehr gehört habe. Also ich mochte dann All The Time so sehr, dass ich dann, was ich immer mache bei Künstlern, die ich so liebe, dann grabe ich halt zurück. Und dann, wenn ich All The Time zum 20. Mal gehört habe, dann höre ich vielleicht als nächstes Mal Oh No. Und dann, natürlich bin ich irgendwann auch bei Pulmer Herberg gelandet. Aber es ist, ich stimme dir zu, das ist sehr wichtig, dass wir The Weekend hier in der Liste hatten, weil der, glaube ich, als, also so als Figur in diesem Genre irgendwie sehr wichtig war. Also dieser, jetzt passiert genau das, was ich, vor was ich Angst hatte, dass ich was auch auf Englisch im Kopf habe und mir nichts Gutes, keine gute Übersetzung dazu einfällt. So dieser troubled und troubling lover boy. Also der war so, ja, ne, also er war so, also der hatte einen ganz großen Knacks. Er hat einem ja auch, also die, die lyrische Figur, ne, man weiß natürlich nicht, inwiefern das irgendwie auch die echte ist. Die hätte einem ja wahnsinnig leid getan, man hätte gedacht so, oh, joi, 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 joi. Und trotzdem, ja, so dieses, eigentlich interessanterweise war dieses ganz so große Mental Health Thema, das ja dann, das uns ja jetzt auch so beschäftigt im Pop, zehn Jahre später, war ihm ja schon so voll da, in a way, auf eine verdrehte Art und Weise. Aber es war irgendwie schon da und deswegen sehr wichtig, so als Figur, also auch so als lyrische Figur oder so, ja, für dieses Genre vor allem auch. Hast du, als du bei Jesse Lancer dann zurückgegangen bist, ist dir auch der You Never Show Your Love über den Weg gelaufen, der Song. Der war so zwischen den ersten beiden Alben und das ist auch so ein perfekter R'n'B-Song. Und das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber es hat für mich wirklich so, wenn Aliyah heute noch Musik machen würde, hätte ich mir gewünscht, dass es so klingen würde oder so. Das ist halt so ein wunderbarer Song, sonst verlinke ich den auch nochmal gerne in den Shownotes. Aber jetzt ist Jesse Lancer auch weiter, 3 zu 0. Ziemlich deutliche Nummer. Sehr gut. Das nächste Duell, Abra Rose 2015 gegen Ink No World 2013. Jetzt fang ich aber an. Und zwar hab ich ja Ink mitgebracht und ich kann mir auch, ohne dass ich euch beeinflussen möchte, ich kann mir einfach schon vorstellen, dass die hier keine Schnitte ziehen werden. Muss aber sagen, warum ich sie noch dabei haben wollte, ist zum einen, weil sie auch 2011 eine ganz fantastische EP hatten und dann von 4AD so weggeschnappt wurden. Und das ist halt auch was, was gerade so in der ersten Halbzeit des Jahrzehnts auffällig war, dass jedes, auch dieser großen Indie-Labels oder so, wollte seine R&B-KünstlerInnen haben. Kelela ist bei Warp gelandet, dann wurde Abra zwei Jahre später zu Ninja Tune geholt, dann Ink sind bei 4AD gelandet und so weiter und so fort. Also so jedes, jedes Label wollte da so ein bisschen was haben. Jesse Lancer war ja dann eh schon direkt bei Hyperdub und so weiter. Tirsa ist bei Domino gelandet und so weiter und so fort. Und das fand ich schon dann ganz interessant, dass eine kurze Zeit dann auch solche Musik eine Chance hatte und irgendwie gehört wurde. Wobei ich glaube, dass bei Ink da schon so ein bisschen die Zeit vorbei war, auch für diese so, ja weiß ich nicht, so White Sad Boy Musik oder so, die auch, glaube ich, Erfolg haben durfte, weil es Leute wie James Blake gegeben hat, glaube ich. Das kam da schon, kam da schon darum. Fand das Album war ganz, ganz fantastisch und verbinde da, ich glaube, in erster Linie, das ist, glaube ich, eher so eine persönliche Sache, so den Herbst 2013 dann auch so mit, wo das dann rauskam, weil Flying Lotus mal wieder so ein krasser Tastemaker war und den Song The Place in seinen Radiosender bei GTA 5 untergebracht hat und man den dann halt einfach so oft gehört hat und das so der perfekte Song war, um so durch das digitale Los Santos irgendwie zu cruisen und habe die Platte da einfach sehr, sehr gerne gehört und die gehört für mich dann in dieses Zehner-R'n'B-Programm total dazu. Aber, aber, aber kommt nämlich jetzt, ich muss sagen, also Rose ist für mich eine so der Top-3-Platten dieses Turniers. Ich stehe total auf ihre Musik. Annette, du hattest ja auch ihre EP ein Jahr später ja auch vorgeschlagen. Die ist halt auch fantastisch, aber Rose ist einfach das, was ich da halt schon wieder so dran mag, ist, dass die Platte, je nachdem, wie man halt drauf schaut, ist das eigentlich auch schon fast so ein Hausalbum. Also, du hast vorhin gesagt, wenn wir so die Vocals entfernen, was haben wir dann? Haben wir dann noch R'n'B? Und bei Abra, klar, am Ende wird es dann auch so ein bisschen, Fasad ist vielleicht so ein bisschen aus, nur diese Piano-Version und so weiter und so fort, aber dann ist das erst mal so ein ziemlich so geil jackendes Hausalbum auf eine Art. Und ich finde das so cool, auch wie ihre Stimme da in so einer Art Vakuum funktioniert und auch wie sie da singt. Und das hat nämlich so dieses total, ja, auch so auf so eine Art, was ungemein so verführerisch ist. Also, ich glaube, auch in dem Titeltrack singt sie ja auch I'm young and I'll waste you away und sowas, wo dann das hat für mich einfach so wunderbar funktioniert. Und das ist eine Platte, die ich dann auch, als sie dann noch mal rauskam, ein paar Jahre später, über Ninja Tune noch mal viel gehört habe. Und ich frage mich einfach, was ist los mit ihr? Bring mal wieder was Neues raus. Das ist für mich so eine der Highlight-Platten. Deswegen muss ich hier selber Inc. abwinken und gebe meine Stimme an Abra. Das ist lustig. Ich habe mir genau dieselbe Zeile aufgeschrieben. I'm young and I'll waste you away. Weil sie so, es ist total, ja, diese Bemischung aus irgendwie natürlich so sehr sinnlich und sehr sexy, aber halt auch so super lässig, so, was willst du denn so, also ich, so, ne? Das kriegt sie halt wunderbar hin. Ja, ich hatte tatsächlich, also ich hatte sie auch schon total auf dem Schirm, als 2015 Rose kam. Ich mochte sie auch schon. Aber für mich war dann tatsächlich die EP Princess 2016 dann einfach irgendwie so die perfekte Platte. Also es ist natürlich kein Album, aber so eine EP muss man ja auch erst mal perfekt hinkriegen. Weil da finde ich wirklich alle sechs Tracks, so jeder ist on point. auch wirklich alles so Lieblingslieder von mir, also die ich, also zum Beispiel dieses Pull Up oder Pull Back, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Pull Up heißt das, glaube ich. Pull Up, ja. Ja, das ist so ein, das ist so einer dieser Songs, die ich damals wirklich in so einer Schleife gehört habe. Also so hundertmal hintereinander, weil ich den einfach unglaublich gut finde und nicht genug davon kriegen konnte. Und Rose, ich finde, also ja, mag ich schon auch, aber da mag ich nur so drei Lieder. Fruit ist zum Beispiel ein toller Track, Roses, oder heißt es Roses oder Rose? Ja, das Album heißt Rose, aber der Song heißt Roses, ja. Roses, genau. Aber es ist, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie alt sie eigentlich war, als sie das produziert hat, aber ich vermute wahnsinnig jung. Es ist schon eine sehr besondere Mischung aus so 80s, Casio, Keyboards und so sehr coolem sinnlichen R'n'B, die man irgendwie so auch erstmal hinkriegen muss. Deswegen. Und genau, ich habe jetzt noch gar nichts zu Ink gesagt, was vielleicht auch schon sehr programmatisch dafür ist, ist, dass das eins der Alben war, die ich gar nicht kannte. Also das war eins der Alben, die ich jetzt wegen dieses Podcasts sozusagen kennengelernt habe. Das ist damals vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe das gestern zum ersten Mal gehört, dieses Album. Und so schnell geht es natürlich nicht, dass ich ein emotionales Verhältnis zu einer Platte aufbaue. Deswegen gebe ich den Punkt an Abra. Also diese Erfahrung ist für mich sehr interessant, weil da Ignoranz auf Ignoranz trifft, was mich betrifft. Ink habe ich genau wie Annette vorher nicht gekannt. Abra ist natürlich schon ein Begriff. Ich habe das Album auch gehört damals, aber ich habe keine Erinnerung. Also das heißt, es ist nicht hängen geblieben. Ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Aber im direkten Vergleich werde ich meine Stimme Ink geben, auch wenn das keine Auswirkungen mehr hat. Abra ist dann weiter. Weil ich das irgendwie besser finde. Also es hat zwar weniger so eine experimentelle Seite wie sehr viele Alben da. Und es hat eher einen klassischen R'n'B-Einschlag, aber irgendwie schlägt es eine Seite in mir an. Also mehr als das Abra-Album. Deswegen geht meine Stimme an Ink, auch wenn wir gleich wieder Tschüss sagen. Ja, aber trotzdem freut es mich, dass das Album hier wenigstens eine Stimme gekriegt hat. Nicht mal meine, aber ja, lohnt sich. Aber trotzdem da nochmal irgendwie reinzuhören. Und danach ging es auch sehr schnell, war dann auch Feierabend. Ich glaube, viel mehr haben die beiden auch gar nicht mehr gemacht. Damit Abra Rose in der nächsten Runde. Das nächste Duell. Kelela, Take Me Apart gegen Bonny Weir 22 A Million. Und letzteres hast du ja mitgebracht, Annette. Deswegen darfst du jetzt auch gerne anfangen. Genau, ja, das ist vielleicht die überraschendste Platte in unserer Turnierliste. Genau, die Bonny Weir 22 A Million ist in dieser Liste gelandet, weil nicht, dass ich das sofort im Kopf hatte, als ihr mir gesagt habt, hey, lass uns doch eine Sendung zum R'n'B in den Zehnerjahren machen. Ich bin aber dann einfach nochmal, ich habe einfach nochmal so Albenlisten einfach durchgegangen, weil ich nichts vergessen wollte. Und in dem Moment, als ich diesen Titel gelesen habe, ist sofort, habe ich sofort gedacht, warte mal, aber das ist doch, ist das nicht irgendwie auch R'n'B irgendwie schon, oder? Ja, irgendwie, also mir sind sofort irgendwie so Fragen, ganz viele Fragen im Kopf, sind so losgerattert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, das passt aber wunderbar in die Liste irgendwie. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen darüber diskutiert, ob wir das mit reinnehmen wollen oder nicht. Und ich finde tatsächlich, das ist, man kann schon sagen, dass das eine R'n'B-Platte ist. Auch wenn man Bonny Weir natürlich überhaupt nicht mit diesem Genre zusammenbringt, aber das war vielleicht, das war sein R'n'B-Moment, würde ich sagen. Kelila ist natürlich so eine ähnlich wichtige Figur für das Genre wie FKA Twix, würde ich sagen. Also so diese elektronische R'n'B, die ja, also so als Musik der Stunde auch, ne? Also ich habe jetzt gerade mir nicht aufgeschrieben, wann ihr erstes Mixtape kam, 2012, 13? Ich glaube 13. Hat das irgendjemand? Also dieser, ja, so Dancefloor-orientierte R'n'B, würde ich jetzt mal sagen, extrem wichtig. Ui, das ist eine schwierige Paarung. Bonny Weir ist wichtig, aber vielleicht nicht so sehr für das Genre. Auch wenn ich gleich, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, ob das R'n'B ist oder nicht. Ich gebe meine Stimme, aber einfach, ich glaube, Kelila, ja, es muss Kelila sein. Auch wenn ich gar nicht finde unbedingt mit diesem Album, sondern meiner Meinung nach vielleicht sogar schon mit dem Mixtape, aber ja, Punkt für Kelila. Ja, Bonny Weir scheint ja auf den ersten Blick eine seltsame Wahl zu sein, weil Justin Vernon mit den Alben, die er vorher gemacht hat, ja eher so minimalistischen Indie-Folk gespielt hat. Ich glaube, das erste Album hat er allein in einer einsamen Hütte im Wald aufgenommen. Also nicht unbedingt der klassische R'n'B-Typ, aber ich glaube, dass man 22 A Million als ein Beleg dafür ansehen kann, wie die Soundästhetik des 10er Jahre R'n'B die verschiedensten KünstlerInnen beeinflusst hat, die auch in anderen Genres zu Hause sind. Wobei man sagen muss, dass, was so musikalische Experimente und den Bruch mit traditionellen Hörgewohnheiten betrifft, 22 A Million wahrscheinlich das wagemutigste Album in dieser Liste ist, neben dem Debüt von James Blake. Trotzdem ist für mich persönlich und auch fürs Genre Take Me Apart von Kelila wichtiger. Deshalb bekommt dieses Album meine Stimme. Ja, Einflüsse, ja, Sounds auf eine Art, ich fühle mich richtig schwer damit, das als R'n'B-Album zu bezeichnen. Gleich wir ja am Anfang auch schon festgestellt haben, dass es nicht unbedingt so einfach ist, das so klar zu benennen, was das jetzt eigentlich ist, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht so richtig ganz, aber das ist ja auch, glaube ich, letztlich egal, weil ich jetzt einfach nach Qualität urteile und da ist für mich Take Me Apart, glaube ich, ohnehin das interessantere, aber auch das bessere Album, weil es auch nochmal so ein bisschen dieses Danceflo-artige so ein bisschen in diesem R'n'B hier hatte. Also ich glaube, gerade so ein Song wie Let Me Know oder so, das war auch für mich ein Riesenhit und hat mich auch sehr in die Bewegung getrieben, wenn ich das mal so nennen darf. Und das ist was, was mir da auch dann sehr, sehr gut gefallen hat und muss dann auch sagen, bei 22 A Million, wenn sich da dann ein paar gute Beats dann irgendwie abwechseln, aber auch mit diesen, ja, so fast so A Cappella-Tracks, bei denen dann eine verfremdete Stimme mir was sagt, was ich nicht verstehe, habe ich, also irgendwie bin ich mit dem Album nicht so richtig warm geworden, muss auch dazu sagen, dass das gleiche Problem wie vielleicht auch gerade bei euch, vielleicht auch mit Ink zum Beispiel, ich habe die Platte auch gestern zum allerersten Mal überhaupt gehört, Bonny Ware kenne ich von seinen ersten beiden Alben und dann von den Features und so weiter. Und ich glaube, dieser Hang auch zu diesem Experimentierfreudigen und auch vielleicht dieses mit Hip-Hop und R'n'B rumwerkelnde, das kam dann, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber er hat ja dann auch schon relativ früh auch mit Kanye West oder so gearbeitet und sowas. Also ich glaube, dass er dann schon relativ früh da so dieses Interesse daran hatte, muss aber hier doch recht deutlich Take Me Apart den Punkt geben. Aber nicht nur wegen dieses Duells, sondern auch, weil ich das Album total klasse finde. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, also wie, was für ein krass unwahrscheinlicher Popstar Justin Vernon auch einfach ist. Also dieser Typ, was Albert gerade schon meinte, der halt irgendwie in dieser Hütte saß und angefangen hat, so Folk-Songs aufzunehmen. Und mit 22 Million, also alle Tracks haben irgendwie, sind im siebenstelligen Bereich bei Spotify. Das ist schon Wahnsinn, so. Ja, er hat, sag ich mal, beide, in beiden Pitchfork-Phasen hat er die Leute abgeholt. Also noch diese tiefste Indie-Phase, so Mitte bis Ende der Nuller und dann diese experimentelle Schrägstrich-Mainstream-Quote-Unquote-Phase. Da hat er vielleicht auch einfach zur richtigen Zeit dann die richtige Musik, je nachdem, für das Publikum gemacht. In der nächsten Paarung würde ich auch dich bitten, Annette anzufangen, denn hier ist deine Wildcard mit drin. Solange von der Get Home tritt an gegen Jessie Ware Devotion. Oh, das ist die einfachste Entscheidung, die bisher, also nicht nur, weil meine Wildcard-Platte Solange Teil dieser Paarung ist und die sowieso gegen, also sagen wir es mal so, wie es ist, du könntest mir jedes Album der Welt nennen, gegen dieses Album antreten lassen und es würde immer Solange gewinnen in meiner Welt, weil das ist das beste Album aller Zeiten ever for me. Das ist mal eine Ansage. Ja, wirklich. Also nicht nur des Jahrzehnts, nicht nur, das ist einfach das krasseste Album meines Lebens, so that's the record of my life. Und Jessie Ware, die ist mir egal. Also wirklich, weil ich, ich erinnere mich daran, ich sage jetzt mal mehr zu Jessie Ware, weil ihr ja bestimmt auch, also, weil wenn ihr Solange nicht weiterlasst, dann werde ich diesen Podcast abbrechen müssen an dieser Stelle. Möchtest du dir diese Aussage nochmal überlesen? Ja, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr zu Jessie Ware, weil über Solange sage ich, können wir später noch weiterreden. Weil ich, ich erinnere mich an diese Zeit, es gab, die ist ja so ein bisschen groß geworden als Stimme von so diesen UK-Producern, also auch so Subtrack und Sampha war ja damals auch schon so ein, so ein, das ist ein Sänger, der so in diesem Umfeld so aufgetaucht ist. Und ich erinnere mich, dass ich die Songs mit die, mit Subtrack damals toll fand und, und Wildest Moments dann toll fand, was eine ihrer ersten Singles war. Und das Album dann aber irgendwie mir schon vollkommen egal war. Ähm, vielleicht, weil das dann schon so poppig wurde. Also, das ist zum Beispiel so eine Platte, wo ich mir gar nicht, wo ich mir auch gar nicht so sicher war, ob das, ob das eine R'n'B-Platte ist oder nicht, vielleicht sogar eher eine Pop-Platte. Also, ich würde sagen, das ist die poppigste Platte in dieser Liste. Da gibt es ja so sehr, 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 ähm, es gibt ja fast so Adele-altartige R'n'B-Momente auf dieser Platte. Und ich glaube, deswegen einfach… Das ist jetzt gemein. Ja, ist ein bisschen gemein, aber ich muss ja jetzt hier auch mal ein bisschen… Ja, es muss auch mal ein bisschen Feuer rein, das ist voll okay. Ja, ähm, und deswegen, ich hab die auch jetzt beim Nachhören nochmal, hab ich so gedacht, so, ja, es gibt halt, es gibt Wildest Moments ist ein toller Song und es gibt noch diesen, ähm, wie heißt jetzt der andere Song, den ich auch mag? Hab ich mir das aufgeschrieben? Das hab ich natürlich, ähm, nicht aufgeschrieben. Ist aber egal, weil, ähm, Solange ist ja eh die viel bessere Platte. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu erklären, warum diese Platte so großartig ist, ähm, aber vielleicht lass ich euch mal weitermachen und dann, und dann, ähm, nehm, nehm ich den Faden später auf. Nicht wahr? Also diesmal möchte ich nicht entscheiden, sondern mach einfach weiter. Ich mach's kurz, mein Punkt geht an Devotion von Jessie Ware. Ähm, ich muss aber, aber ich, ich, ich muss auch ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, ich finde es irgendwie cool, dass, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also, dass eine Platte aus, äh, 2019 das auch so direkt schaffen kann, so direkt, äh, die, die Platte des Lebens irgendwie, äh, sein zu können. Das finde ich immer cool, ähm, weil ich das Gefühl hab, dass, äh, ja, dann oft auf irgendwie was aus den, also aus den persönlichen, äh, Zehnerjahren oder Teenagerjahren oder so genommen wird oder sonst was alles, sondern das muss auch später funktionieren. Da bin ich auch, äh, felsenfest davon überzeugt, dass das geht. Und ich glaub zum Beispiel, dass, äh, in diesem Jahr zum Beispiel, ähm, das, äh, Black Country and the Road Album Ends from Upgrade, das könnte bei mir das irgendwann sein, äh, wenn's dann doch nicht mehr irgendwann Silent Alarm ist, dass es so die, die Platte des Lebens sein kann oder so. Deswegen, ähm, kann ich das voll nachvollziehen und finde das auch total cool. Ähm, äh, Solange ist auch super cool, muss man auch sagen. Ähm, wir reden noch über eine Person, die mit ihr mal Musik gemacht hat, äh, nämlich, äh, Defines Blood Orange. Der hat, äh, ihr 2013 halt Losing You, ähm, sag ich mal produziert. Und, ähm, den hab ich auch heiß und innig geliebt und, äh, fand dann auch Seat at the Table, fand ich auch mega gut. When I Get Home ist auch super. Also es ist definitiv keine Entscheidung gegen Solange, auch wenn das dir wahrscheinlich nicht viel helfen wird. Es kommt auch darauf an, was Albert gleich sagt. Aber ich muss schon sagen, also, als ich vorhin einmal kurz, ähm, meinte, dass, äh, ich damals beim, beim Musik Express so einen Artikel geschrieben hab, da war Jesse Ware so ein bisschen der Auslöser. Ähm, weil ich das da so mega spannend fand, dass über Leute wie natürlich auch Subtract, aber auch Julio Bashmore, ähm, dass einfach so dieses, wir nehmen jetzt, wir produzieren unsere Sachen und nehmen jetzt mal eine Stimme dazu. Ähm, dass so dieses Gimmickhafte so ein bisschen langsam wechselte oder abgelöst wurde in, nein, das ist jetzt die Künstlerin so, die darf jetzt selber mal am Anfang stehen und sie darf selber mal ihre Songs haben, wenn gleich natürlich das in Zusammenarbeit mit den, mit den Produzenten oder so passiert ist oder so. Aber so dieser, äh, dieser Wandel fand ich cool. Und dass er dann auch, und ich wollte auch schon immer mal wissen, wie es denn klingt, wenn solche Leute dann auch mal, äh, Pop- oder R&B-Songs so schreiben und produzieren. Und dann kam halt Running und das war so ihre erste Single. Und, ähm, das ist für mich so ein unglaublich, unglaublich toller Song, ähm, weil sie da einfach mit dieser so samtweichen Stimme, so die, so genau in den richtigen Momenten, spielte da mit ihren Muskeln, sag ich mal, und, äh, hüpfte da so bei diesem sanften Soulbeat, der halt einfach so deutlich diese ganze Britpass- und UK-House-Nummer anzapft. Und dann gab's nur 110%, der dann für das Album aber umgedichtet werden musste, weil irgendwie Sample-Probleme gab oder so. Und das ist dann auch einfach so ein, ja, dieser, dieser leichte, bassbetonte Beat und dann aber trotzdem eben dieses tief runtergepitchte, so Vocal-Sample und so weiter. Und, äh, ich fand diese Kombination so geil. Und ich hab beide Songs wirklich rauf und runter gehört. Und dann, ähm, kam irgendwann das Album und, äh, dann waren das natürlich die Highlights und fand's dann auch krass, dann irgendwie so Wildest Moments passt da irgendwie überhaupt nicht zu. Ähm, ich find aber, dass da trotzdem noch diese Balance irgendwie gefunden wurde und die, äh, die Platte mir insgesamt dann auch sehr gut gefallen hat. Wenn's jetzt nur nach einzelnen Songs geht oder so, dann sowieso, weil aber einfach Running und 110% so, so krass für mich halt einfach stehen für diese Entwicklung, äh, in der britischen R'n'B-Musik, wie dann eben so dieser Wandel irgendwie vollzogen wurde und wie die Leute, die dann vorher irgendwie Samples benutzt haben, um Sachen, ähm, Sachen zu produzieren, dann auch, sag ich mal, in so eine Songwriter-Richtung gingen und dann auch eben so die Stimmen dahinter, hinter den Songs so nach vorne durften. Das fand ich einfach so cool. Und das hat mir halt so gut gefallen. Und das verbinde ich da eben sehr stark mit. Und deshalb, ähm, ja, geht meine Stimme an Devotion. Und Albert, du, äh, make-st oder break-st jetzt diese Folge hier mit deiner Entscheidung. Ja. Puh, also, Jessie Ware. Ähm, was mir am Future R'n'B oder 10er Jahre R'n'B besonders gefällt, ist, dass die meisten SängerInnen, und Jessie Ware gehört auf jeden Fall dazu, hervorragende Stimmen haben. Also, die können wirklich singen, aber sie, äh, benutzen die nie zum Overacten. Also, es gibt keine Mariah Carey, Deutschland sucht den Superstar, äh, Vokal-Akrobatik, keine Huhuhus und, und Emotionen und bla, bla, bla. Ähm, das könnte Jessie Ware wahrscheinlich, aber sie macht's nicht. Ähm, und Devotion war damals für mich ein sehr wichtiges, Album, auch wenn's weniger experimentell ist, wenn's weniger elektronisch ist, ähm, war das doch irgendwie Musik zur Zeit. Und, äh, ich muss auch nicht widersprechen, es ist schon R'n'B, ähm, und auch nicht dieser Retro, also, das mit Adele hat, der Vergleich mit Adele hat mich schwer getroffen. Das hab ich natürlich übertrieben. Ja, ja, das weiß ich. Nein, hier ist auch Platz für Polemik, das ist okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Jessie Ware gegen Solange ausspielen muss, dann gewinnt auf jeden Fall dieses Monument When I Get Home. Mhm. Amen. Guck mal, dann haben wir doch, äh, ja, ich, äh, schade natürlich, aber letzten Endes, ähm, ist dann, äh, trotzdem zu, äh, Jesse Ware, beziehungsweise Devotion, beziehungsweise zu dieser, ähm, äh, Bus R'n'B-Entwicklung dann ja doch vielleicht, äh, alles erst mal gesagt. Das war mir auf jeden Fall wichtig, weil das für mich so dieses ganze R'n'B-Ding in den 10er-Jahren so geprägt hat, gerade in der ersten Hälfte, äh, der 10er-Jahre. Aber Solange kommt jetzt hier weiter mit When I Get Home und, ähm, Albert, wir haben beide noch unsere Wildcard und, äh, das Los wollte, dass die nicht gegeneinander antreten. Das wäre jetzt nämlich, das wäre nett gewesen, ähm, aber es ist tatsächlich nicht so gekommen. Äh, die letzten beiden Duelle stehen an und beim nächsten fange ich an, denn, äh, ATOS, kurz für A Taste of Struggle, so heißt dann auch das Album, tritt an gegen Seftalisa mit, äh, ETHON aus dem Jahr 2017. Und, ja, also A Taste of Struggle, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Platte ist, die ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört, äh, habt, aber die musste für mich auf jeden Fall rein. Man kann sogar, wenn man ganz gemein ist, sagen, ja, wie viel R'n'B ist das eigentlich? Denn wenn man auch hier die Stimmen entfernen, könnte man vielleicht denken, das geht auch eher in so eine Trip-Hop- oder so pure Bass-Richtung. Und, ähm, diese Platte ist über Deep Media erschienen damals. Und, ähm, dieses Thema Label kommt hier nochmal auf, weil das das Label von Maler ist. Und, äh, Maler ist ja so mit der Dubstep-Papst, wenn man so möchte, der ja gerade so Mitte der, der Nullerjahre so dieses Genre so, äh, an den Start gebracht hat und hat dann irgendwann von diesem belgischen Duo erfahren und gesagt, äh, ihr müsst auf jeden Fall bei mir veröffentlichen, weil ihr seid einfach sehr gut. Und, äh, da hatte er natürlich recht, hat das Ding dann produziert. Und ich bin, auch als ich die gestern nochmal gehört hab, es ist so, das ist so ein unglaublich gutes Album und es gefällt mir so, so gut immer noch. Und das ist so, ja, so dieser, so diese Dungeon-Art von R'n'B. Also, man hat ja auch bei manchen so, so, äh, Dubstep-Subgenres so von Dungeon gesprochen. Also, was so wirklich so dieses sehr so, ähm, irgendwo im Untergrund sich bewegende und so wabernde und, 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 und brummende hatte. Und, ähm, diese düsterneblige Stimmung für mir, das hat mir auch nochmal gezeigt, was ich von diesem Genre manchmal brauche und wie sehr dieser, dieser Basseinfluss, dieser Musik einfach hilft. Und auch hier, ähm, muss ich Albert auch zustimmen, was die, die Stimmen, äh, auf all diesen Platten angeht, über die wir hier sprechen, weil ich auch die, äh, diese Stimme so großartig finde. Ähm, A Taste of Struggle übrigens, ähm, das einzige Duo, also alle anderen, äh, Projekte hier, oder, äh, Künstler entreten ja solo auf, ähm, die sind zu zweit, A Taste of Struggle. Ähm, und, äh, ja, also gibt's übrigens immer noch, 2017 und 20, machen auch weiter noch Platten, auch weiterhin auf Deep Media, auch wenn da sonst nicht viel rauskommt. Aber es ist einfach so toll. Und auch hier, der nächste Song der Roses heißt übrigens, hatten wir ja bei Abra schon. Ach, das ist so gut. Also, ich kann mich da so reinlegen und werd von dieser Musik umarmt. Und das geht mir einfach, also, Hammer. Und jetzt gerade, wo es dunkel ist, ich guck hier gerade nach rechts, hab ich eigentlich schon wieder Bock, das, äh, anzumachen. Ich find's so gut. Ähm. Ähm, ja, Seftelizer, Seftelizer, äh, wird vermutlich weiterkommen, deswegen ich werd gleich noch was zu sagen. Aber A Taste of Struggle muss hier einmal, äh, war auf jeden Fall ganz klar, dass das meine, äh, Wildcard, äh, wird für die Ausgabe. Ähm, du hast natürlich recht, äh, ich hab das vorher nicht gekannt. Ich hab das, äh, in dieser Woche zum ersten Mal gehört. Und, ähm, ja, also man hört die Herkunft, äh, Maler Digital Mystics, man hört es dieser Musik, äh, sehr stark an. Und die ist noch sehr, sehr stark von, äh, Bassmusik geprägt, sehr experimentell, sehr atmosphärisch. Und, äh, aber 2014 war ja dieses Genre auch noch relativ am Anfang. Äh, ich find's gut. Ich find's natürlich, unter uns gesagt, sehr gemein, dass wir hier, äh, Platten gegeneinander ausspielen, und die das, und dann fliegen welche raus, die es nicht verdient. Ich find das super. Und, ähm, das Album von Seftalisa, es gibt drei Alben in dieser Liste, ähm, ähm, da, äh, es gibt drei Alben in dieser Liste, die, ähm, was ganz Bestimmtes manchmal mit mir machen. Und zwar, äh, ohne, dass ich vorher dran gedacht habe, kommt irgendwie so aus heiterem Himmel die Eingebung, dieses Album anzuhören. Ähm, also ohne, dass ich was über sie gelesen hab oder irgendwie dran gedacht hätte. Und, ähm, dann mach ich das meistens auch. So, und ich stell dann immer fest, äh, was das eigentlich für ein hervorragendes Album ist. Und deswegen, äh, geht meine Stimme an Seftalisa. Hm, ich, weil wir, ähm, ähm, um, um schon, ich nehm's vorweg, meine Stimme geht auch an Seftalisa. Das heißt, wir werden ja noch darüber, äh, werden ja noch über dieses Album reden. Und ich möchte dann, äh, ich möchte noch mehr über dieses, äh, über dieses Gefühl wissen, das dich dann überkommt, Albert. Ähm, irgendwie interessiert mich das jetzt. Ja, das ist ein, ich hatte das tatsächlich auch schon wieder vergessen, wie gut dieses Album ist, ähm, als ich es jetzt nochmal gehört habe. Ich verbinde, also, ich verbinde auch Seftalisa so ein bisschen, ähm, eigentlich mit der Zeit vor diesem Album. Also, als sie so aufkam, als so die ersten Tracks kamen, sie ja auch als, ähm, jetzt hab ich mir das gar nicht nochmal aufgeschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, mit iranischen Wurzeln aber in den Niederlanden aufgewachsen. Ähm, korrigiert mich, if I'm wrong. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und irgendwie kam sie nochmal mit so einem ganz eigenen Konzept irgendwie in, in dieses Genre so reingebrettert. Also, irgendwie war da irgendwas Orientalisches, auch teilweise so in den Songs, aber ja auch vor allem ist das ja visuell so unglaublich stark, was sie da macht. Also, so eine krasse, ja, so fast so David Lynch-artige Stimmung ja auch in dieser Musik. Ähm, und dieses Album ist aber wahnsinnig gut, ähm, so als, als Gesamtwerk, also auch mit den, so Interludes und mit den Samples so zwischendurch und die ganze Dramaturgie dieses Albums ist, also ich, 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 dieses David, der David Lynch-Vergleich ist mir eben gerade eingefallen, aber umso mehr ich drüber nachdenke, passt das eigentlich ziemlich gut. Also dieses Album ist The Mulholland Drive in diesem Turnier. Ähm, also wahnsinnig düster und dark, aber auch, also so eine Art von dunklen Sog, wo man unbedingt, man will unbedingt ins Kaninchenloch mit einsteigen. Ähm, ja, so einfach auch als, also als Kunstfigur wahnsinnig stark. Ähm, also das hat mich damals schon, also auch der künstlerische Aspekt ist bei ihr ja so wichtig. Also dieses, ähm, dieses Album-Cover zeigt ja, ähm, sie hat sich ja eine Maske von ihrem eigenen Gesicht anfertigen lassen, die sie dann, ich hab das schon wieder vergessen, es war auf jeden Fall eigentlich auch noch eine halbe Kunst, ähm, Konzeptausstellung, ähm, die sie da mit diesem Album so hingelegt hat. Und das ist einfach so als künstlerische Geste wahnsinnig stark. Ähm, und A Taste of Struggle war das zweite Album in dieser Liste, das ich gar nicht kannte. Und, ähm, zum ersten Mal gehört habe, heute Morgen tatsächlich noch, ähm, das war jetzt das Letzte, was ich gehört habe. Und ich fand das toll, ähm, aber das kann irgendwie nicht gegen Seftalisa anstinken. Ja, es ist natürlich schwierig, wenn dann was noch, äh, so dazukommt, was da nicht diesen, bei mir ist es natürlich halt eben genau umgekehrt. Also es war so, ähm, ich hab das, äh, ich hab, Ison mag ich auch, also definitiv. Und, ähm, ähm, fand auch auf eine Art, dass diese Platten sind sich natürlich, also wenn man sie nebeneinander stellt, kann man durchaus, aber auch so eine Art so Trip-Pop-Gemeinsamkeit findet man manchmal schon, finde ich, so im Sound. Also das hat, passt eigentlich ganz gut auch so zusammen. Ähm, deswegen auch überhaupt nichts Negatives über dieses Album. Aber A Taste of Struggle ist halt auch was, was dann so der, was so im Herbst 2014 einfach auch wirklich viel lief. Und das ist halt aber genau diese Sounds, äh, ich stehe da einfach so total drauf. Und das ist so eine Form von, äh, von R&B, die mir in dem Jahrzehnt sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch die Alben danach sind super. Also, ähm, wenn du da trotzdem was mit anfangen kannst, dann, ähm, kannst du auch gerne mal in die anderen beiden, äh, Platten reinhören. Das ist, äh, nicht wirklich, äh, schlechter in dem Sinne. Aber, ja, äh, gut, dass sie dabei waren, äh, dass es nochmal die Chance gab, darüber zu sprechen. Aber Seftalisa ist jetzt weiter und, äh, wer gut aufgepasst hat, weiß natürlich, was noch fehlt. Und deswegen weiß Albert auch, dass er jetzt anfangen muss, denn seine Wildcard geht an den Start. LaFonda, Ancestor Boy, tritt an gegen die, äh, letzte, äh, Platte hier aus dieser Liste. Und zwar, äh, Cupid Deluxe oder Cupid Deluxe von Blood Orange. Albert. Ähm, Ancestor Boy von LaFonda ist, äh, das zweite dieser Alben, äh, mit der Eingebung oder dem Befehl zum Anhören. Ähm, das war, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, meine Platte des Jahres 2019, äh, abgedruckte Musikexpress. Äh, äh, oder zumindest, äh, unter den Top Five, aber ich glaube, das war meine Platte dieses Jahr. Du hast sie auf jeden Fall, als wir unsere Folge zu den besten Platten des Jahrzehnts, äh, gemacht haben, da hast du sie auch noch dabei gehabt. Dann, ähm, zeigt das, dass ich recht habe. Und, ähm, ähm, es ist ein Album aus der jüngeren Vergangenheit, auf das ich halt immer wieder zurückkomme. Es ist ja oft so, dass man, äh, begeistert ist von irgendwelchen Alben und hört die dann in der Veröffentlichungswoche dreimal und dann, äh, stellt man sie entweder in den Schrank oder in den virtuellen Schrank und kommt nie wieder drauf zurück und am Ende des Jahres denkt man, ach ja, das gab's ja auch noch. Und, äh, das Album hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ich Optimist bin und denke, dass es gegen Blood Orange gewinnen wird. Und, äh, zu Blood Orange habe ich, ähm, oder so, in, wie man so schön sagt, ich habe nie Aktien in Defines gehabt. Also, äh, weder als, äh, Lightspeed Champion noch als Blood Orange. Und, äh, mein komplettes Umfeld ist, ist nach dem ersten Blood Orange Album, äh, regelrecht ausgeflippt, äh, die musikalische Offenbarung und so weiter und so fort. Und ich habe es immer wieder mit seiner Musik probiert, was ich immer mache mit Konsensmusik, die am Anfang nicht zu mir spricht. Aber ich habe es nie richtig verstanden. Die Musik ist mir immer zu harmlos, zu geleckt. Und, äh, für mich wirkt Blood Orange wie ein super Mainstream-Star. Was? Der ist, ja, ja, also er will ein super Mainstream-Star. Aber da tropfen doch Schweiß und Dreck von der Decke bei dieser Platte, das ist ja, also. Der Typ will ein super Mainstream-Star sein und er schafft es nicht in dem Mainstream. Ja, aber mit so einer Platte natürlich nicht, aber da, also. Deshalb, Anne Christoboy, La Fonda. Na gut, Annette. Ähm, ich muss, also ich, das ist jetzt natürlich, ähm, das weiß man ja auch am Ende nicht so genau, aber es kann sogar sein, dass ich, ähm, äh, La Fonda sozusagen aus dem Dreck ausgebuddelt habe und, äh, äh, auf den Musikexpress-Redaktionstisch gelegt habe. Weil ich weiß noch, ich hab die damals ausgebuddelt ganz, ganz am Anfang für die, äh, als sie noch, ich glaub, da hatte sie erst so ein, zwei, da hatte sie noch nicht mal die erste EP oder so. Da hab ich die, ähm, in unsere sogenannte Hotlist, ich war ja, ich bin, ich bin immer noch die Newcomer-Beauftragte bei Musikexpress. Ähm, und damals, äh, war, haben wir noch zusammengearbeitet, Albert und ich, und es kann gut sein, dass ich sozusagen dich draufgebracht habe, möglicherweise. Ich weiß, dass ich die ganz früh auf dem Schirm hatte, ähm, und ich mochte das Album auch noch sehr, sehr gern. Also ich, ähm, mag so, für mich ist sie so ein bisschen eine, eine tolle Verbindung aus so einem, ja, so, so rituellen Björg-Haften und diesem R'n'B, über den wir sprechen, ähm, was, was wir auch in keiner anderen Platte hier in der Liste eigentlich so haben, ähm, aber, und jetzt sag ich das aber und Albert zuckt bestimmt schon zusammen, Ich find einfach Blood Orange als Produzent und als Figur für diese Story so unglaublich wichtig, dass ich, ich, ich mag diese La Fonda-Platte wirklich gern und ich hab mich auch sehr gefreut, dass wir sie in der Liste haben, ähm, so, also das ist so wirklich so ein bisschen so globalisierte, äh, ritualisierte Internetkultur in R'n'B gegossen, also ich mag die Platte sehr gern, aber Dev Hines, ist so eine wichtige Figur als, ähm, Produzent, ähm, also man muss ja vielleicht auch dazu sagen, Solange wäre so nicht möglich ohne Dev Hines, also Dev Hines hat, ähm, damals mit ihr diese 2013er, glaube ich, ich hab mir die ganzen Jahreszahlen nicht aufgeschrieben, die True EP ja mit ihr produziert, und darüber kam sie erst auf diesen Indie-R'n'B-Sound und auf diesen auch reduzierten, sehr so von 80ern und Synthies geprägten R'n'B-Sound und auf diese Soundästhetik und, ähm, ja, für mich ist irgendwie Dev Hines so ein bisschen so der, der, der Wunderarbeiter irgendwie dieses Genres, also der hat, hat irgendwie so ein, ja, das ist so ein bisschen immer schwer zu sagen, ja, so ein bisschen dieses 80s-Ding auf eine ganz tolle Art und Weise irgendwie, finde ich, in, 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 ja, so in die Soundästhetik dieses Jahrzehnts gebracht, ja, also Dev Hines oder Blood Orange bekommt von mir den Punkt, weil ich ihn einfach als Produzenten für diesen ganzen Sound und so wichtig finde. Ja, ihr seid sehr gemein. Ja, das stimmt. Ich hab dich trotzdem lieb, Albert. Aber es geht nicht. Ich hab euch alle lieb. Ja, also, meine Stimme geht auch an Cupid Deluxe von Blood Orange, weil er auch für mich, weil er auch für mich so eine, so eine wichtige Figur war in, in, gerade so in der ersten Hälfte der 10er Jahre. Ich muss sagen, dass mir seine letzten beiden Platten nicht mehr so gut gefallen haben, ähm, weil da für mich so ein bisschen was von, ähm, von diesem Großen so verloren ging, was er vorher hatte, ähm, fand, also Test Icicles hab ich gar nicht mitbekommen, fand ich im Nachhinein, aber irgendwie öde Lightspeed Champion gibt mir überhaupt nichts. Ich hatte sogar Angst, dass er nach der ersten Platte sagt, okay, ich brauch jetzt wieder das nächste Projekt und, und wechsel auf meinen vierten Namen, hat er ja zum Glück nicht gemacht, er ist ja bei Blood Orange dann geblieben. So, ähm, über das Album im Detail, genau, würde ich dann auch mehr im Viertelfinale sprechen, aber dann würde ich auch dieses Produzentending jetzt auf jeden Fall mal, ähm, ins, ins Feld führen, weil, ey, was für ein Track-Record. Also, der hat, ähm, er war ja auch mit, äh, Samantha Urbani, äh, zusammen von Friends und hat dann ja auch ihr Solo, Solo-Friends-Track wie auch immer The Way gemacht. Das ist ja unfassbar, so diese, 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 diese richtig fette, so im Nebel versinkende Powerballade, die er da, äh, mit ihr zusammen gemacht hat. Er hat dieses One-Off-Comeback von den Sugar Babes gemacht, was einfach nur geil war und er hat, was, äh, noch am allerbesten war von den Sachen, die nicht, äh, für ihn, äh, für ihn gemacht wurden oder, ähm, die er für sich gemacht hat, wobei er den Song erst für sich selbst geschrieben hat und ihn dann, ähm, äh, weitergegeben hat und zwar die, das, da muss man wieder so ein bisschen so Musik-Hipstertum raushängen lassen, aber es hilft ja alles nichts, weil es war ja so. Also die Demo-Version von Sky Ferreros Everything is Embarrassing, nicht das, was später dann, ähm, auf der EP landete und, äh, zu streamen ist, weil das nochmal ordentlich, ähm, geglättet wurde und End-Death-Hein wurde. Diese Version 2012, das ist einer der Songs für die Götter, also finde ich einer der besten Songs aller Zeiten, aus allen Genres, aus überhaupt sowieso, ähm, und da hat er für mich nochmal endgültig bewiesen, dass er, äh, einfach der, der, der Gott ist, was diese Musik angeht. Und wie schade es ist, dass er nicht viel mehr in diese Richtung, äh, ging, auch für andere oder auch für sich selbst, aber das hat er, ähm, sowohl auf seinem ersten Album, beziehungsweise den Demos davor und auch eben auf Cupid Deluxe halt wirklich, äh, perfektioniert und ich finde, da ist, da ist, das ist kein, kein, äh, glatt poliertes Album auf eine Art, wenn man das auch als negativ, äh, bezeichnen würde. Dafür, finde ich, hat dieses Album so viele Ecken und Kanten und, äh, geht in so viele andere Genres rein, aber dafür können wir ja gleich nochmal, das können wir ja gleich nochmal besprechen, aber, ähm, ja, also einfach das, was er für Friends, für, äh, Solange, was er für die Sugar Babes und was er für Skyfall Rarida gemacht hat, das ist schon, das ist schon so krass und, äh, wäre schon, äh, sechs, äh, leuchtende Sterne wert, aber, ja, ist dann auf jeden Fall weiter und damit sind wir, äh, mit dem Achtelfinale durch. Ich kann ja nochmal kurz vorlesen, wer weitergekommen ist. Wir haben, äh, James Blake von James Blake, wir haben, äh, LP1 von FKA Twix, wir haben, äh, Jesse Lancer, Pull My Hair Back, wir haben Abra mit Rose, wir haben, äh, Kelela mit Take Me Apart, wir haben, äh, Solange, When I Get Home, wir haben, äh, Seftalisa mit Eason und wir haben Blood Orange mit Cupid Deluxe. Die acht sind weitergekommen. Wie ist so euer erstes Befinden nach dem Achtelfinale? Also, wir mussten uns auf jeden Fall schon schmerzlich von Platten verabschieden. Also, ähm, also ich bin auch immer noch nicht über Frank Ocean hinweg. Nee, nicht wirklich. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, es fühlt sich total falsch an. Also man will ja auch nicht das super offensichtlicher am Ende machen, aber man denkt sich so, äh, also wirklich im allerersten, äh, es ist schon, äh, hm, naja. Ja, es wird jetzt auch nicht leichter werden, außer bei der Paarung, in die Blood Orange kommt, da wird es ganz leicht werden. Aber Blood Orange kann doch auch nichts dafür, Albert. Nein. Und ich finde ihn ja eigentlich auch gut, ich finde ihn als Typen gut und er hat als Lightspeed Champion eine wunderbare Cover-Version von Xanadu von Electric Light Orchestra featuring Olivia Newton-John gemacht. Also ich, ich habe nichts gegen ihn. Wenn wir dann irgendwann unsere Turnierfolge zu den besten Cover-Versionen machen, dann, äh, kannst du ihn ja da nochmal, äh, mitbringen. Ja, bevor es gleich so ins Viertelfinale reingeht, wir hatten ja auch am Anfang der Sendung nochmal so kurz darüber gesprochen, dass sich ja, äh, R'n'B ja auch so den, den Weg auch gemeinsam mit Pop, äh, so in den, in dem Mainstream, also klar war Pop sowieso, äh, so gebahnt hat. Aber wir haben ja auch in den 2010ern so viel davon gesprochen, dass so Genres jetzt irgendwie weniger wert sind oder dass sich das alles ohnehin sehr stark durchmischt. Und dazu kam ja auch, dass, äh, sowohl Hip-Hop als auch R'n'B ja so die, eigentlich die größten Genres der Welt geworden sind. Wenn wir jetzt mal Pop, das, das immer, äh, allumfassende Pop so ein bisschen ausklammern. Was meint ihr, woran, äh, lag das so ein bisschen? Wie kommt das und wie, äh, zeigt sich das so? Zeigt sich das unter anderem dann auch in so Platten wie Bon Ivera, wenn man da jetzt sagt, das ist jetzt auch R'n'B? Ähm, also welche Rolle spielt R'n'B so im Mainstream heute, ist dann eher so die Frage. Naja, ich glaube, dass halt dieser Zehnerjahre R'n'B einen sehr großen Einfluss gehabt hat auf, auf den Sound, auch das Mainstream-R'n'B. Ähm, wenn man, wenn man so zurückblickt, dann, es gab ja eigentlich, ähm, in den Jahren vor, also R'n'B gibt's ja schon immer, gibt's ja schon seit den, keine Ahnung, Fünfzigerjahren, ähm, es, es gab ja vorher praktisch keinen Alternative-R'n'B. Also es gab natürlich auch, oder es gibt natürlich auch im, 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 im R'n'B sehr viele KünstlerInnen, die im Untergrund geblieben sind, aber nicht, weil sie das gewollt haben, sondern weil sie es einfach nicht geschafft haben. Und, ähm, diese Alternative zum Mainstream-R'n'B ist ja erst mit, mit den, äh, KünstlerInnen, die wir heute, ähm, besprechen, aufgekommen. Und, ähm, es hat ja relativ schnell dazu geführt, dass so die ganzen, äh, Big Names auch ein Stück vom Kuchen, äh, abhaben wollten. Also, äh, James Blake zum Beispiel relativ früh, äh, Tracks für Beyoncé, Travis Scott, äh, Frank Ocean, Kendrick Lamar produziert hat. Das heißt, die, die Soundästhetik ist da angekommen und, ähm, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass, äh, diese großen Namen, äh, immer den hottesten Shit als Mitproduzenten haben wollen. Also ich finde, dass, äh, diese Soundästhetik sehr, sehr stark in den Mainstream eingezogen ist. Also ohne ihn jetzt, äh, komplett zu dominieren oder, äh, über, über den Haufen zu werfen. Die Musik ist immer noch Mainstream, aber sie ist stark beeinflusst davon. Ähm, naja, erst mal, glaube ich, muss man vielleicht schon noch mal sagen, ich, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit, dass, ähm, das, ähm, das R'n'B erst so in den Zehnerjahren so richtig, so sein, so seine, so seine Innovationsexplosion hatte. So, und, ähm, dann auch wirklich was Neues hervorgebracht hat. Aber eigentlich, wenn man sich's mal genau über, überlegt, und ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber ich hab das Gefühl, dass, ähm, so Soul und R'n'B schon immer einfach ein sehr guter Nährboden für so Experimente und für Innovationen war. Also wenn man mal genauer überlegt, auch so ein Stevie Wonder, der ja ein großer Chartkünstler war, krasser Innovations, der hat immer rumprobiert mit seinen Synthesizern und, also, da war super viel, ähm, also eigentlich hat er das auch schon gemacht, über was wir hier die ganze Zeit reden, nur halt eben irgendwie in den 70ern, ne? Ähm, auch ein Prinz würde ich da dazu zählen total, der ja auch immer, ähm, an seinem Sound und an der Soundästhetik, ähm, rumgeschraubt hat oder, ja, keine Ahnung, da könnte man jetzt noch ein bisschen weiterreden. Ich würde auch eine Janet Jackson in den 80ern auch dazu zählen als so sehr große Innovation, ähm, aber ich glaube, um vielleicht, ähm, wieder zurückzukehren in das Jahrzehnt, über das wir ja eigentlich sprechen, warum die, das so wichtig war oder so besonders, ist für mich, würde ich fast eigentlich eher gesellschaftlich erklären, ähm, also, nicht, dass, äh, dass das Internet oder das Digitale neu war in diesem Jahrzehnt, aber die, ähm, Wucht, mit dem irgendwie so das Digitale so in unseren Alltag krachte und wie wichtig die Algorithmen ja auch wurden oder wie bestimmt für unseren Alltag, ähm, und wie sehr sie sich dann gerieben haben mit, mit, also, der Mensch und die Maschine, diese Reibung, die ist, glaube ich, schon sehr, sehr besonders für das Jahrzehnt, über das wir hier sprechen, also, wenn man mit Social Media und so überlegt, ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, diese Art von R'n'B, in der ja oft das elektronische und, ähm, das so sehr warme, menschliche, ähm, R'n'B verbunden wird, vielleicht einfach ein sehr guter Ausdruck war für dieses Jahrzehnt, in dem irgendwie alle und jeder so einen Weg navigieren musste, so zwischen Rechnen und Fühlen, sage ich jetzt mal, ne? Also, so, wo ist denn noch der Mensch in den Algorithmen und diese ganzen Fragen, die natürlich irgendwie sehr bestimmt, glaube ich, für das Jahrzehnt waren, bestimmender als für die Jahrzehnte davor, würde ich behaupten? Und vielleicht war das einfach eben genau der, war, vielleicht war das der perfekte Ausdruck für diese, für diese, für diese Reibung. Ich glaube auch, dass die Nähe, also, ich finde, ich finde den Gedanken sehr gut, äh, ich, das, glaube ich, auf so eine, so eine unbewusste Art, glaube ich, passiert sowas, glaube ich, wirklich sehr leicht. Und ich denke auch, dass dazu kommt, dass wenn wir auch in den Review-Folgen auch immer mal wieder von diesem Post-Genre sprechen oder sagen, dass sich so vieles auflöst und man das auch bei jüngeren KünstlerInnen merkt, ganz, ganz gleich, welche Musik sie machen, dass wir da ja auch feststellen, dass die Einflüsse ja viel diverser sind, als sie es früher waren. Also, wenn jetzt auch vor 20 Jahren eine Gitarrenband angefangen hat, dann hatten die die gleichen Helden und die haben natürlich alle noch viel strengere, in Anführungszeichen, Gitarrenmusik gemacht im Großteil. Und wenn jetzt eine Band wie Blackhunting Road, die macht zwar kein R'n'B, an den Start geht, dann hören die da alle Carly Rae Jepsen und Kate Bush und System of a Down und was weiß ich nicht, was alles. Und es ist halt so egal, weil man ja mit allem groß wird und so diese, diese Aufsplittung nicht mehr so wichtig ist. Und ich glaube, dass diese Nähe von Pop und R'n'B und dann eben dieser, dass dieser Vortrag dann schon oft und so ein bisschen entscheidet, über welches Genre wir sprechen, dass sich das so zusammenfließt auf so eine ganz, so eine ganz natürliche Art, dass das dann irgendwie so dazukommt und dann gar nicht mehr so dieses Genre so groß oben drüber steht, sondern dass es dann eben Pop, R'n'B ist. Und in Kombination natürlich eh, dass Hip-Hop vielleicht das größte Genre der Welt ist oder so und dann diese, diese Verwandtschaft dann ohnehin entsteht und dass sich das so dann immer weiter festigt und einfach, ja, diese, diese Einflüsse so gigantisch sind. Ich meine, vor zehn Jahren war es dann auch so, als dann Frank Ocean an den Start ging, dann, wir kennen ja auch alle diese, diese berühmte 46 Songliste von Frank Ocean und so weiter, das ist ja auch alles Mögliche drin. Und ich glaube, dass sich das so ganz natürlich bei den jüngeren MusikerInnen so aufgetan hat, dass die Einflüsse eben viel variantenreicher sind, als es vielleicht früher war, was ich jetzt mal so ein bisschen behaupte, aber dass das dann eben auch da dieses Thema, ja, diese, diese digitale Erforschung so der Musik, dass das eben viel einfacher war und dass man eben viel früher mit viel mehr konfrontiert wird und sich da so sein, so sein, 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 sein Gemisch zusammenstellt, so. Wobei man natürlich sagen muss, dass, weil wir vorhin auch über den Nullerjahre-R'n'B gesprochen haben, in gewisser Weise war der Nullerjahre-R'n'B ja auch futuristisch, also wenn man sich jetzt Timberland-Produktionen anhört zum Beispiel, aber ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass in den 10er Jahren die Sache aus dem Underground gekommen ist und nicht aus dem Mainstream. Und ich glaube, das ist entscheidend dafür, dass dann diese experimentelle, futuristische Qualität im Sound erreicht worden ist. Bevor wir in das Viertelfinale gehen, Annette, würde ich dir jetzt einmal das Wort geben und du kannst vielleicht so deine Honorable Mentions einmal vorstellen, was hättest du gerne noch in der Liste gehabt oder was ist nicht in diese 16-Plattenliste gekommen, was hier aber noch Erwähnung finden müsste? Ja, ganz kurz hatte ich ja vorhin schon die Internet, Ego Death hatte ich noch vorgeschlagen, das kommt so ein bisschen aus der, das ist diese Odd Future Frank Ocean Verbindung, so diese, das wäre glaube ich interessant gewesen, die Platte drin zu haben tatsächlich, weil es so auch ein kollektives Ding vor allem ist. Also es ist halt einfach wirklich eine Band und ein Kollektiv und so ganz viele, ja, also ich finde, das ist auch nochmal eine andere Art von Musik, das hat sich nicht irgendwie einer zusammen, einer im Studio ausgedacht, sondern es ist halt wirklich halt so diese kollektive Energie. Und das ist einfach, das macht unglaublich Spaß, das zu hören, das ist so ein ganz toller, auch sehr so Funk und Soul beeinflusster R'n'B. Was ich noch sehr, sehr wichtig gefunden hätte, wäre Salt gewesen, diese sehr geheimnisvolle, geheimnisvolle, ja man weiß es ja am Ende nicht, ist das ein, wahrscheinlich ist es ein Duo, aber irgendwie, sie verraten ja ihre Identität eigentlich nicht mit ihrem ersten Album, Mixtape, whatever. Es gibt ja nie Pressemitteilung, in denen das mal drin steht, was das eigentlich ist, die Alben sind einfach da, Five 2019, also die finde ich, finde ich einfach für die letzten Jahre sehr wichtig. Ich fand immer alle Alben großartig. Und Sudan Archive würde ich unbedingt noch nennen, die auch gerade so mit ihrem ersten Album noch 2019 in das Jahrzehnt reinspielte, die als, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ist sie Geige oder Cello? Ich verwechsel das immer mit, ich glaube Cass, genau, sie ist Geige, Cassie-Louis Cello. Cassie-Louis Cello, ja. Genau, also auch eigentlich aus so einem klassischen, also klassisch gelerntes Instrument und dann bringt sie halt irgendwie so eine Geige und macht halt einfach eine mega coole, zeitgenössische, auch elektronisch beeinflusste R'n'B Platte draus. Also das hat mich schon auch umgehauen. Und als Stimme oder als Figur würde ich vielleicht auch Samfer nochmal betonen. Der ist jetzt nicht in der Liste als Künstler aufgetaucht, aber der war ja auf allen Albumen auch immer als Gast. Der ist auf der Solange-Platte, der ist in diesem Jesse-Wear-Umfeld damals wichtig gewesen. Keine Ahnung, der ist, ich habe schon wieder vergessen, wo der überall aufgetaucht ist. Der Subcheck auf jeden Fall. Ja, und James Blake doch auch. Und der ist einfach so als Stimme, finde ich, den für das Jahrzehnt auch so wichtig, weil der immer wieder auch überall aufgetaucht ist und so eine sehr besondere Stimme hat, die man sofort erkennt. Machen wir mal mit dem Viertelfinale weiter, denn wir haben ja noch acht Platten hier. Und das erste Duell ist, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr das? James Blake von James Blake 2011 gegen FK Twix LP1 2014. Albert. Also, das fängt genauso an wie im Achtelfinale. Ich habe vorhin mich für James Blake entschieden und mich gegen Frank Ocean entschieden, was ja auch schon crazy ist. Aber ich werde, das ist schwierig, ich entscheide mich für FK Twix. Ja, ich entscheide mich für FK Twix, weil die mit ihrem ersten Album einen Status der Abgefahrenheit erreicht hat, für den Björk 15 Jahre gebraucht hat. Ich schmeiße James Blake raus, wenn ihr nicht beide für James Blake seid. Dann grätsche ich mal dazwischen, weil ich bin für James Blake, auch wenn es sehr, 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 sehr knapp ist. Aber was ich im Achtelfinale dann schon einmal angedeutet habe, ist, dass ich jetzt mit diesem Abstand und jetzt, wo ich diese Platte auch nochmal sehr, sehr, sehr genau auch gehört habe, und dann auch festgestellt habe, dass eigentlich viel von dem, was ich eigentlich vermisst habe an seiner Musik, weil ich so beleidigt war, so persönlich beleidigt war, dass er aufgehört hat mit den Sachen, die ich so liebte, dass die trotzdem noch da sind. Und dass das in vielen dieser Tracks immer noch funktioniert, nur, dass er eben einfach singt. Also gerade bei Tracks wie To Care Like You heißt er, glaube ich, wenn man das als Instrumental nehmen würde, dann ist das ein 1A-Track, den er auf seinen Hassel-EPs irgendwie noch mit am Start gehabt hätte. Und was ich so mag, ist, dass seine Musik so ein bisschen so klingt, das ist mir dann so aufgefallen oder eingefallen, wie auch immer, als würde man so das Negativ des eigentlichen Tracks hören. Und dieses Ausgesparte sagt so viel aus in dieser Musik und auch diese zitternden Bässe, auch das ist das, was so übrig geblieben ist. Selbst auf einem Track wie Limit To Your Love, wo irgendwie fast schon parallel zwei Songs laufen, aber alle so minimalistisch, das hat mich dann jetzt mit diesem Abstand eben doch sehr gefesselt. Und bei FKA Tricks ist es so, dass ich, ja, da bleibt es wie in der Runde zuvor, wo ich dann sage, ja, da ist dann so ein bisschen nicht das Herz da, sondern eher so, das ist alles cool und das gefällt mir auch. Und ich mag sie auch und es hat wenig mit den E-Piece davor zu tun, sondern das Album an sich, das mag ich auch einfach total. Also Songs wie, da hatte ich mir rausgeschrieben, halt Video Girl, Closer und natürlich Two Weeks, so als der Hit. Das ist alles immer noch super gut, aber ich glaube, dass nach diesen zehn Jahren ich endlich so mein Herz öffnen konnte für das James-Blake-Album. Und ich das so stehen lassen kann neben dem, was zuvor passiert ist und deshalb muss ich in dem Duell James-Blake meine Stimme geben und deshalb steht es jetzt eins zu eins und Annette hat die undankbare Aufgabe, das jetzt zu entscheiden. Das ist wirklich undankbar, weil ich es auch wirklich sehr schwer finde. Das ist jetzt auch so ein bisschen das Herz gegen Kopf. Herz ist James-Blake bei mir, also die ist einfach sehr wichtig für mich gewesen. So als, also was du gerade ja auch schon meintest, so wie er, wie er Emotionen so dirigiert in seinen Tracks, also und wie wichtig die Stille oder dieser Moment, in dem eigentlich gar nichts passiert und daraus ergibt sich dann aber erst so die Masse und das Gewicht von dem Ton, der dann als nächstes folgt. Das ist einfach so unglaublich gut gemacht und das ist ja auch, ich meine, das war sein Debütalbum, das ist eine perfekte Platte, perfekt produziert, die Songs dann toll geschrieben. Und genau dasselbe gilt aber für FKA Twix, also die war als Kunstfigur im Prinzip fertig, in dem Moment ihres Debütalbums, also das muss man auch erst mal so hinkriegen. Also komplett von Ästhetik über Videos, über Sound-Ästhetik. Ich habe gerade übrigens, Klammer auf, Dev Heinz hat auch auf der Platte produziert, Klammer zu. Er macht doch manchmal gute Sachen. Ja, ja, der ist, das war ja auch so ein bisschen ein Produzentenalbum, ne, sie hat sich da ja auch einfach sehr gute Leute rangeholt, Aka war dabei und so, Sam war, habe ich mir aufgeschrieben, hat sogar auch mitproduziert, also da taucht er auch nochmal auf. Ja, ich, ich, I'm, I'm going with the heart. Es muss tatsächlich, ich muss mich für James Blake entscheiden, ich, dieses Album ist einfach für mich persönlich, also ich entscheide jetzt persönlich für mich persönlich, ist dieses Album wichtiger und closer irgendwie, aber FKA Twix, was für eine unglaublich gute Platte. Ich habe übrigens gestern nochmal ein bisschen gelesen und den wunderschönen Begriff gefunden, Sex Angst, was, was das Gefühl dieses Albums sehr gut beschreibt und was ich so noch nie gelesen hatte. Ich hoffe, das ist als Buchtitel noch nicht vergeben, weil dann hätte ich das auf jeden Fall gerne für einen Roman. Ja, das ist, also ich habe irgendwo gelesen, The Sex Angst of the Millennial, das hätte sie perfekt verkörpert und das stimmt, also dieses, ja, also auch dieses irgendwie beengende, fast erstickende, aber sehr sinnliche, was in diesen Songs drin ist, das hat sie schon am besten auf den Punkt gebracht. Also viel besser als, keine Ahnung, ein auch sehr verkorkste The Weeknd oder so, der auch ein Problem mit seiner eigenen Sexualität hat, aber, genau, aber ja, James Blake, es muss James, muss James Blake sein. Okay, damit, James Blake, muss man dann aber auch sagen, er hat Frank Ocean rausgehauen und er hätte jetzt FKA Twix rausgehauen, also man hat es ihm auch nicht leicht gemacht, aber er steht im Halbfinale. Und, äh, Gegnerin im Halbfinale entscheiden wir jetzt, Jesse Lancer, Pulmer Herbeck gegen Abra Rose. Ähm, ich stehe einfach bei Rose so sehr auf dieses, ähm, auf dieses so Chicago-Hausige, was so in dieser Musik mitschwingt und wie auch, ähm, das so andockend an James Blake, wie so diese Stimme halt in diesem Vakuum so ein bisschen funktioniert. Gleichzeitig ist Jesse Lancer für mich halt eine meiner, also ist zu einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen überhaupt geworden und ich finde jede, jede Platte, die sie gemacht hat, äh, inklusive der EP 2015 halt großartig. Ich mach's jetzt mal kurz, ich nehm, äh, Jesse Lancer, Pulmer Herbeck einfach, ähm, weil sie insgesamt auch so großartig ist, die Alben sind so nah beieinander, das kann ich kaum entscheiden, aber wenn ich jetzt so das Gesamtwerk und wie ich, ähm, R'n'B eben auch so ein bisschen, um diese, um diese, diese Bassfahne so ein bisschen hochzuhalten, um so diesen Aspekt, der mir doch sehr viel, äh, bedeutet, hier weiterzutragen, nehme ich, äh, Jesse Lancer, sie kriegt meinen Punkt. Annett, mach du mal weiter, dann darf Albert diesmal entscheiden, es sei denn, es ist schon entschieden dann. Ja, tatsächlich muss es Albert dann gar nicht mehr entscheiden, weil ich, ähm, so ein bisschen aus demselben Grund, glaube ich, wie du, ähm, einfach dieses, ja, also die, die Beats und den Bass und dieses Clubige in der Musik so toll finde, ähm, und, ähm, und bei Abra, er den, ich hatte, ich hab bei Abra dem das Gefühl, die hatte so einen Moment, in dem, in dem war sie so der heißeste Scheiß und, ähm, dann war das aber irgendwie auch weg, es war so ein, es war so eine kurze Verliebtheit, ähm, auf meiner Seite zumindest. Und, äh, Jesse Lancer, das ist, das ist, das ist eine, das ist eine langjährige Beziehung. Ähm, ähm, das trifft's gut, ja. Ja, genau, deswegen Jesse Lancer. Das ist was Ernstes mit ihr. Ja, es ist was Ernstes, genau. Ich hab ja vorhin schon gesagt, dass ich, ähm, keine emotionale Bindung zu dem Abra Album habe, ähm, deswegen fällt mir die Entscheidung leicht, äh, ich, äh, stimme auch für Jesse Lancer, ähm, es ist einfach immer noch ein wahnsinnig gutes Album und wir werden uns im Halbfinale dann nochmal drüber unterhalten. Ähm, äh, machen wir und, äh, jetzt darf Annette starten, denn, äh, sie ist die Einzige, die ihre Wildcard, äh, ins Viertelfinale überhaupt, äh, gebracht hat. Solange, when I get home, gegen Kelela, take me apart. Ja, wie ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet habe, keine, alle Entscheidungen, in denen Solange involviert, äh, ist, fallen mir leicht. Ähm, ja, wir haben, äh, interessanterweise vorhin gar nicht so viel über die Entscheidung. Das Solange-Album gesprochen, obwohl sie, ich glaube, wir haben alle drei, wir haben, glaube ich, alle drei auch dafür gestimmt, oder? Nee, ich, 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 ich habe Jessie Ware genommen. Stimmt, es war Jessie Ware, aber wir haben eigentlich alle über Jessie Ware gesprochen und gar nicht über Solange, weswegen, ähm, ja, Solange ist für mich einfach irgendwie so eine krasse Ausnahmekünstlerin auch dieses Jahrzehnts. Ähm, also sie, vielleicht muss man auch nochmal dazu sagen, vielleicht ist das sogar wichtig, als Schwester von Beyoncé, ähm, wo sie wirklich hätte einen anderen Weg einschlagen können und so sehr Mainstream-R&B hätte machen können. Sie hatte ja alle Zugänge, ne? Also sie hatte ja alle Telefonnummern von allen Produzenten und, ähm, das hätte sie super machen können. Und sie hat sich aber so ganz bewusst für so einen anderen, für so einen anderen Weg entschieden, der so sehr viel, ähm, ja, wie soll ich das sagen, das ist, ähm, eher so kunstvoll schwebend. Es ist eher so eine Kunstperformance von einem Album, ähm, so auch viel experimenteller und fragmentarischer, ähm, ihr großer, großer Schritt war natürlich eigentlich das Album davor, A Seat at the Table, was ja auch ein sehr, sehr politisches Album war. Ja, das war super. Ich meine mich, genau, das war so natürlich auch der, also natürlich war Losing You so der Moment, in dem ich sie entdeckt habe, also die EP, aber A Seat at the Table war dann so der Moment, in dem ich, glaube ich, begriffen habe, was für eine krass künstlerische Power da auch dahinter steckt und so für ein gesamtkünstlerischer Entwurf. Und ich meine mich zu erinnern, ich glaube, A Seat at the Table kam eine Woche, nachdem Trump gewählt wurde oder so. Es war, es war so wirklich ganz nah aneinander. Das ist so eine Zeit, die ich auch krass irgendwie, die in meinem Kopf so sehr vermischt ist damit. So, es war Trump und dann kam aber dieses wahnsinnig tolle, künstlerische, politische Album von dieser schwarzen Amerikanerin und dann hatte ich wieder Hoffnung. Also es war wirklich so, das ist für mich in Erinnerung geblieben, so wie, nein, die Welt geht noch nicht unter, es gibt Solange. Und genau, aber das Album danach war, finde ich dann einfach, es ist einfach ein perfektes Album. Von hinten bis vorne, jeder Ton, jede Lyric, jede Idee, der Aufbau, alle Referenzen. Also mir fällt nichts ein, was an diesem Album nicht komplett volle Punktzahl ist. Also ich finde es auch immer noch unglaublich, wie gut dieses Album ist, Jahre später. Äh, ja, es, ähm, ich finde tatsächlich eben, ich finde Seat at the Table einen Tanken stärker, aber es ist natürlich, es ist ein super Album und dieses Fragmentierte, was du auch erzählt hast, viele, viele der Songs sind ja gar nicht mal länger als zwei Minuten oder so, ne, sondern es sind ja auch wirklich diese, diese, diese auf den, auf den Punkt getroffenen Aussagen, sowohl inhaltlich als auch was den Sound angeht. Und das ist schon, ist wirklich eine eigene Farbe, weil sie ist ja nicht unerfolgreich, ne, also wenn es jetzt einfach nur nach Screams geht, ist sie ja trotzdem auch immer in den, in den Millionenbereichen und sonst was alles und man kennt sie. Aber ich finde es trotzdem schon bemerkenswert, dass, äh, sie sich da auch so, so freigeschwommen hat von, äh, von Beyoncé und da auch so wirklich ihr, ihr Ding musikalisch macht und das auf eine Art, denkt man sich so, ja, ist natürlich auf irgendwo schon Art verwandt, aber es ist trotzdem so weit weg. Und, ähm, das mal gar nicht, äh, negativ, äh, in die andere Richtung gemeint, aber habt ihr denn mal so drüber nachgedacht, in die Liste irgendein Beyoncé-Album aufzunehmen oder ist da, ist das für euch zu weit weg, was den Geschmack angeht? Oder auch was das Wichtige angeht? Nein, nicht, nicht, was den Geschmack angeht, eher, was die Musik angeht. Also ich glaube, musikalisch ist das, ist das sehr weit weg von, äh, von dieser 16er Liste. Hm. Stimmt schon, obwohl ich Lemonade tatsächlich sehr mochte. Ja. Also, ja, Lemonade ist für sich genommen, wenn man über, ja, ich sag mal so, über Event-Alben spricht, dieser Dekade oder so, ist das, ist das vorne mit dabei, aber ich muss sagen, ähm, hab ich wenig, äh, auch wenig, wenig Bedürfnisse, mir das irgendwie groß anzuwenden. Aber wir wollen ja auch nicht über Beyoncé sprechen, sondern wir wollen ja über Solange sprechen und wir müssen uns ja jetzt noch entscheiden, wer weiterkommt. Und, ähm, ich mach's jetzt einfach mal schon wieder spannend, ich nehm nämlich, äh, Keleda, ich muss leider schon wieder gegen Solange stimmen, was aber auch zum zweiten Mal, ähm, kein Solange das ist und schon gar keiner gegen dich, Annett. Aber, ähm, ähm, ich stehe einfach so auf Take Me Apart und ich bewege mich da gerne zu, ich finde diesen, diesen Sound so wunderbar und, äh, ich stehe einfach, äh, stehe einfach auf dieses wirklich futuristische, also wenn wir hier nochmal über Future, über dieses Future in Klammern, äh, von, von R'n'B sprechen oder so, dann, dann sind wir auch bei einer Platte wie, äh, Take Me Apart und deswegen, ähm, gebe ich der meine Stimme und Albert muss jetzt entscheiden. Also, äh, also, Solange ist mir natürlich die liebere Beyoncé, wenn ich das mal sagen darf, ohne gesteinig. Die liebere Knowles. Die liebere Knowles, ja, besser. Also, die zwei Alben sind für mich qualitativ sehr eng beieinander, also es ist nicht so, dass ich sage, ja, ganz klar, das muss gewinnen und das, das andere ist schlecht. Ähm, das Kelela-Album ist halt, ähm, aus verschiedenen Gründen wichtig und richtig und gut, also diese futuristische Instrumentierung, die, die manchmal zu erkennende Pop-Sensibilität, ähm, dann sollte man bei dem Album auch auf die Texte achten, Es geht um, ja, es geht um, ja, es geht um Kelela als, äh, queere, schwarze Frau, also, ähm, das ist, glaube ich, heute selbstverständlicher, das, äh, zu thematisieren, als es, äh, noch vor fünf Jahren war. Ja, und es ist halt, ja, es ist ein verdammt gutes Album. Auf der anderen Seite, ähm, muss ich sagen, wenn ich, wenn man jetzt Alben sieht wie einen Spaziergang, dann bin ich beim Kelela-Album in einer Landschaft, die sich nicht sehr verändert, die zwar wunderschön ist, aber die, die immer gleich bleibt. Also, du gehst nicht durch Wälder und dann kommt ein See und dann kommt ein Gebirge und dann kommt das Meer, äh, die Landschaft ist wunderschön, aber sie bleibt immer gleich. Und bei Solange ist es so, dass sich ständig irgendwas verändert, dass die, äh, die Berge neben dem Meer stehen und dann, äh, Wiesen mit schönen Blumen und, äh, prächtigen Rehen stehen. Also, das Album hat verdammt viel zu bieten und, äh, auch wenn's mir in dem Fall schwerfällt, entscheide ich mich für Solange. Damit steht Solange mit When I Get Home im Halbfinale und tritt an entweder gegen, äh, Sefta Lisa mit Eason oder Blood Orange, Cupid Deluxe. Ja, das ist, ähm, eine sehr schwere Entscheidung. Ich will nicht als, äh, Blood Orange Hasser dastehen. Also, ähm, aber aus den genannten Gründen, ähm, Sefta Lisa, eines dieser Alben, ähm, das mir befohlen wird anzuhören. Ich, ich, ich werde das schnell nochmal für Annette erklären. Also, es ist ja so, ähm, man wird ja durch verschiedene Dinge daran erinnert, irgendein bestimmtes Album anzuhören. Entweder man, äh, liest einen Artikel über eine Band oder eine Künstlerin oder man sieht irgendwie ein Posting oder whatever und dann denkt man, ah, okay, ähm, Abbey Road von den Beatles, das könntest du auch mal wieder anhören. Und, ähm, bei Sefta Lisa ist es so, dass ich, äh, irgendein, vielleicht Geschirr abtrockne oder die Spülmaschine ausräume und dann denke, hey, das musst du jetzt anhören. Und dann hole ich mir es und lege es auf. Ähm, über Blood Orange habe ich vorhin eigentlich schon alles gesagt, was ihr natürlich für falsch haltet, äh, aber meine Wahl ist, äh, Sefta Lisa. Ja, Annette, machst du es? Soll ich mal weiter, ja, dann kannst du mal, ähm, dann kannst du mal was entscheiden, so, ähm, das spannend machen. Ja, ich finde, es ist überhaupt keine einfache Paarung, weil ich beide Platten aus unterschiedlichen Gründen sehr liebe, ähm, und auch die, die jeweils kreativen Köpfe dahinter, glaube ich, für diese, für das, über was wir hier sprechen, beide sehr wichtig sind. Ähm, und, ähm, und, und ich glaube, die decken auch beide eine ganz andere Farbe ab von, von, von diesem Genre. Ähm, wenn man das überhaupt als Genre bezeichnen kann, also von diesen R'n'B-Auswüchsen der Nullerjahre. Ähm, aber ich, es ist jetzt tatsächlich eine strategische Entscheidung, weil ich möchte schon einfach gerne, dass Dev Heinz gegen Solange antritt. So, ich hab einfach Bock drauf, dass die gegeneinander rauschen, weil sie ja auch so viel miteinander zu tun haben und so, ähm, und, also, das sind dann wirklich mal zwei Platten, die man sehr gut vergleichen kann, weil die haben so einen ähnlichen, kommen so aus einem ähnlichen Ansatz von so Indie-R'n'B-Sounds, ähm, und auch der Umgang mit, ähm, mit so, ähm, 80er-Jahre-Bezügen und so, ist da einfach sehr, ähm, gleich. Und, ähm, ich hab einfach Bock auf diese Paarung und deswegen entscheide ich mich für Blood Orange. Ja, es ist so, wie es bei Albert vielleicht nicht so überraschend, weil, dass er sich für Seftalisa entschieden hat, ist es bei mir vielleicht nicht so überraschend, dass ich mich für Blood Orange, äh, entscheide und, äh, Dev Heinz damit ins Halbfinale schicke. Und ich auch froh bin, dass wir gleich nochmal, äh, über diese Platte sprechen können, weil ich, äh, ja, also, es war auch damals, ähm, Album des Monats Musik Express, ich erinnere mich, hab da auch sehr gerne, äh, drüber geschrieben. Da ist, da passiert einfach so viel und es ist wie so ein, also es ist die beste Art von Compilation, weil sie halt nie so klingt wie eine, sondern er sich einfach, äh, all diese Einflüsse so bedient und dann trotzdem Großblatt Orange drüber schreibt. Und dann ist es trotzdem halt als Album so toll und wenn du eine Platte schaffst, in der selbst der, äh, Dirty Projectors Sänger irgendwie nach Curtis Mayfield klingt oder so, dann musst du schon, musst du schon irgendwas gut machen und, ähm, äh, Dev Heinz singt nicht umsonst auf der Platte. You have reason to think I'm just what you need und er hat halt so recht und deshalb kommt er auch ins Halbfinale und, äh, deshalb haben wir jetzt James Blake, Jesse Lancer, Solange und Blood Orange im Halbfinale und das, finde ich, ist ein sehr coole, äh, eine sehr coole, ähm, ja, Auflistung oder beziehungsweise Also der sehr gute Rest, der noch da ist, aber bevor wir da hinkommen, möchte ich jetzt von Albert auch einmal wissen, was wären denn noch deine, äh, Honorable Mentions gewesen, was hast, was hattest du noch mit am Start oder was hättest du noch gerne in dieser Liste gesehen? Also auf jeden Fall, ähm, das, äh, das, äh, das Debütalbum von Jamie Ruhn, Mirror Writing, äh, äh, im selben Jahr erschienen wie James Blake, ich weiß gar nicht welches, ähm, wahrscheinlich, äh, James Blake. Blake war früher. Ja, das kam im Januar schon oder, oder Februar. Ähm, ähm, und nicht nur, weil die Musik halt wunderbar passt, ähm, zu unserem Thema, äh, Jamie Ruhn ist für mich so die Ursuppe dieses Genres. Und zwar mit seiner EP Wayfaring Stranger von, äh, 2007, ähm, und mit dem Burial Remix, der da drauf war. Ja, und das war so wahrscheinlich eine der allerersten Fusionen von, äh, soulig, gospeligem Gesang mit, äh, dubstepbigen, UK-garagigen Elementen. Ähm, ähm, das Interessante ist, dass das Original ja fast a cappella ist. Da hört man, äh, da hört man, glaube ich, einen ganz, ganz leichten Beat. Also das könnte man, ähm, ähm, von der musikalischen Begleitung gar nicht, äh, kategorisieren. Aber vom Gesang ist es schon, äh, Gospel, R'n'B. Und, äh, deshalb wäre dieses Album bei mir noch drin gewesen. Und, äh, noch eins, das ich wichtig finde, ist, äh, Fantasy von Müsar. Das ist eine, äh, interdisziplinäre Künstlerin aus, äh, den USA. Das hatten wir im, in Track 17 auch besprochen. Und das passt jetzt nicht so von, äh, von diesem elektronischen Aspekt her, weil es ist kaum elektronisch. Aber sie, äh, dekonstruiert R'n'B auf eine Lo-Fi-Weise und, und, äh, total sympathisch, dass, äh, ich das damals zu meinem Album des Jahres gemacht habe. Also bei Jamie Woon, äh, kann ich, kann ich alles nur unterschreiben. Also gerade dieser, äh, Burial-Remix, das habe ich auch, äh, das höre ich auch immer noch gerne. Und das war wirklich so eine coole Annäherung, das ganze Burial, ja auch jemand, der ja dann, ähm, zu der Zeit, äh, dann, was weiß ich, was er alles gesambelt hat, ne? Von Christina Aguilera bis, ähm, auch Brandy war ja auch bei ihm alles dabei oder so. Und das, ähm, da war die Nähe sowieso schon da. Und ich kann ja hier direkt mal so eine Mini-Ankündigung machen. Unser nächstes Feature in vier Wochen dann, äh, wird nämlich genau Burial zum Thema haben. Denn, äh, dieser Tage wird, äh, untrue, äh, 15 Jahre alt, was kompletter Wahnsinn ist. Und, äh, nicht nur das Album, sondern auch die Tatsache, dass es 15 Jahre alt ist oder wird, ist Wahnsinn. Und deshalb werden wir dann in dem nächsten Feature 30 in vier Wochen über, äh, Burial sprechen, über seinen Einfluss, über seine gesamte Musik und Diskografie, äh, angefangen 2006, äh, bis zu seiner aktuellen Platte aus diesem Jahr. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, dann starten wir doch einfach mal ins Halbfinale und, ähm, haben James Black, von James Black 2011 gegen Jesse Lancer, Pulma Herbeck 2013. Möchte ich mal anfangen? Oder? Nee. Ich fange an, weil ich es einfach finde. Mhm. Ähm, ich glaube, ich will auch gar nicht, ich, ich glaube, ich sage auch einfach nur, wie meine Entscheidung ist. Und dann könnt ihr weitermachen, um das kurz zu machen. Ich finde das einfach, weil James Black, wichtiges, wichtigeres Album für mich. Albert, ich gehe mal davon aus, du siehst das sehr ähnlich, oder? Ja, also. Ja, ich dachte, wir stürzen ihn vielleicht doch jetzt in meinem Finale, aber gut. Ja, okay, ähm, dann gebe ich natürlich, äh, Jesse Lancer hier noch, äh, noch den Punkt, damit sie nicht, äh, äh, zu Null hier rausfliegt. Ähm, ich finde es super, dass sie es ins Halbfinale geschafft hat mit der Platte. Äh, es ist nicht mal ihre beste Platte, oh no, es ist ihre beste Platte, aber die sind halt, also das ist halt eine Unterscheidung von, weiß ich nicht, 95 Prozent zu 100 Prozent zu 95 Prozent, was ihre Platten angeht. Also spielt alles keine Rolle, es ist alles super und, ähm, hört gefährlichst, äh, all ihre Musik. Sieg, vor allem Pulmer Herbeck, äh, in dem Fall, weil es in dieser Folge war. Aber, ja, äh, James Blake, unser erster Finalist, der muss ich halt nochmal erwähnen, ne, hat Frank Ocean raus, äh, rausgeballert, FKA Twix und jetzt Jesse Lancer. Also, ne, vielleicht dann auch nicht ganz. Der hat ein Turnier gespielt, ja, ja, das muss man ihm lassen. James Blake ist eine Turniermannschaft, das sagt man immer. Das ist, das ist wirklich so. Bis im Finale und gegen wen wird's, äh, äh, wird's gehen. Ich, ich ahne es schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber trotzdem. Fang du mal an. Versuchen wir es mal spannend zu machen. Solange, When I Get Home 2019 gegen Blood Orange, Cupid Deluxe. Ähm, dann fange ich jetzt mal an und, äh, es tut mir leid, dass ich jetzt zum dritten Mal gegen Solange stimme, aber ansonsten haben wir hier kein Duell, weil ich halt weiß, was passiert und weil, nein, weil, ähm, ich, ich Cupid Deluxe einfach, einfach so, so sehr mag seit, seit, seit neun Jahren, weil ich Blood Orange so sehr mag, seit, äh, zwölf Jahren mittlerweile. Und ich einfach finde, dass dieses ganze Album durchzogen ist von Hits, äh, unterschiedlichster, äh, Anordnung, wenn man so will. Ob's jetzt diese, diese Caribbean Soul Nummer ist, die Cemakai da direkt am Anfang ist, ob's dieser unverschämte Groove in You're Not Good Enough ist, ob's dieses, äh, großartige Uncle X ist mit diesen, ja, mit diesen, äh, merkwürdigen, äh, 80s Beat da und diesem Saxophon und diesen, diesen, diesen Funkgitarren dazu und das ist einfach alles so großartig. Und dann gibt's einfach noch so ein, so ein 90s Hip-Hop-Tracking-Ende und es ist einfach alles so toll und, äh, ich wünschte, er wäre ins Finale gekommen, aber, ähm, er darf sich auf jeden Fall mit einem Punkt verabschieden. Ja, ähm, ähm, ich mag beide Alben sehr und ich hab das ja auch und man muss, glaube ich, wirklich nochmal betonen, wie wichtig, ähm, Defines für, für den Sound von Solange ist. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit ihm hat sie erst auf diese Spur geschickt, auf der sie dann weitergegangen ist, ähm, durch diese ganz vielen Landschaften, die Albert gerade ganz, äh, schön beschrieben hat, ähm, aber ich, ja, also wenn wir über Alben reden, dann finde ich, das ist einfach, When I Get Home ist, ähm, einfach so ein perfektes, ähm, Gesamtwerk von, also natürlich irgendwie sind das tolle, kunstvolle Tracks, die irgendwie eine interessante Mischung von Referenzen haben, also ja auch so sehr weirde Sounds aus den 70ern, so das weirdesteste Stevie Wonder Album, das es gibt, zum Beispiel als, äh, als, ähm, Referenz dieses Alive in the, wie heißt das, Alive in the, ich kriege immer den Titel nicht hin, hier, Journey Through the Secret Life of Plants, das ist so ein ganz weirder Soundtrack, äh, Soundtrack-Score, den Stevie Wonder 79 gemacht hat, für eine Dokumentation über das Leben von Pflanzen, also irgendwie wirklich so richtig weird, und das ist so eine Referenz dann von diesem Album, und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch, hat Pharrell halt auch einen Track produziert, das hört man dann auch, das ist dann irgendwie wieder viel eingängiger, und für mich ist dieses Solange-Album einfach auch so der perfekte Beweis dafür, dass man heutzutage Musik machen kann, die sich so gar nicht mehr für so traditionelle Songstrukturen interessiert, und sich deswegen eben auch von dieser Vorstellung freimacht, dass Popmusik im Zeitalter von Spotify und YouTube halt schnell erfassbar sein muss. Das ist so ein Album, das muss man ein paar Mal hören, um zu verstehen, was das überhaupt ist und was es einem erzählen will, und, ähm, wenn man sich dem dann aber hingibt, also auch diesem, dieser Art Bewusstseinsstrom-Sound, dann geht der viel tiefer, als jeder Spotify-Hit sozusagen einen jemals bringen kann, eben zu denen, ich finde es schön, dass Rehe bei Albert auch in der Landschaft stehen, für mich ist das ja, er ist das ja eine sehr urbane Landschaft, durch die mich das Album da führt, aber das führt ganz, ganz, an ganz viele Orte in den Köpfen von den Hörern, und, ähm, das ist einfach eine große künstlerische Geste, und deswegen ist das eben mein, äh, favorite, all-time-favorite-Album, deswegen auch der Punkt an Solange. Ich, ähm, verleihe meinen Punkt Solange, ähm, und, äh, spreche mich gegen Blatt Orange aus, aus den vorhin genannten Gründen. Äh, wow, das wird gleich ein krasses Finale, ähm, James Blake, James Blake 2011, King Solange, Wendek, und 2019, ähm, bevor wir, äh, zu dem Finale kommen, würde ich dann auch noch ein paar, so Honorable Mentions, äh, abfeuern, und zwar so ein bisschen den Bereich, was so diese, äh, 90er Jahre R'n'B angeht, man spricht ja auch dann immer, ne, von diesen 20-Jahreszyklen, dass dann irgendwie alles wiederkommt, und plötzlich haben wir auch viel Musik gehabt, die, äh, nicht versucht, an irgendwas anzulehnen, oder die irgendwie versucht, so zu sein, sondern die das einfach genauso, äh, widerspiegelt, was es vielleicht vor, äh, 20 Jahren in dem Bereich, äh, gegeben hat, oder eben vor 30 Jahren, oder 25 Jahren, man darf nicht vergessen, man ist schon in den, äh, 20, 20er Jahren, und da sind für mich, äh, ein paar Namen wichtig, zum einen, äh, Erika, äh, de Cassier, äh, Belgierin, die, ich glaube auch über 4.ID mittlerweile sogar veröffentlicht, die zwei Alben rausgebracht hat, äh, äh, eins haben wir letztes Jahr besprochen, und ihr erstes erschienen 2019, glaube ich, Essentials heißt das, und der, der Titel könnte ja passender gar nicht sein, weil es ist wirklich, äh, herausragender, äh, 90s R'n'B einfach, und sie hat auch so eine sehr, sehr, sehr weiche, eine sehr so gefühlt kleine Stimme, aber die, ähm, diese, diese so, so tollen und so unkitschig-kitschigen Produktionen, so dahinter, das funktioniert einfach wunderbar, äh, sehr, sehr tolle Musikerin, und, ähm, was dann so ein bisschen mehr Punch hatte, aber trotzdem in dem, in dem Jahrzehnt der 90er verhaftet ist, ist ein Duo, das nannte sich S4U, und, äh, das haben wir 2018 hier zumindest auch mal besprochen, da erinnere ich mich noch dran, und wenn es nur nach Songs, äh, geht, ähm, dann müsste ich Friends nominieren, so hieß nämlich der Song, den die beiden 2017 veröffentlicht haben, das ist so für mich einer der R'n'B-Songs der gesamten Dekade, äh, 2018 erschienen an Harz das Album, das war auch wirklich sehr, 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 sehr gut, das hatte auch so dieses super, super mitternächtlich-britische irgendwie so am Start, und, ähm, super Projekt, gibt's schon nicht mehr, ähm, sie macht jetzt alleine weiter, er ist irgendwie raus aus der Nummer, keine Ahnung, aber S4U würde ich auf jeden Fall immer, immer wieder erwähnen, wenn's darum geht, was so in Sachen R'n'B in den Szenern noch, äh, ging, und dann kann man auch wieder drüber streiten, wie viel R'n'B das ist, aber ich wollte trotzdem nochmal J. Paul erwähnen, der, ähm, ja, zu, so zu Beginn der Zehnerjahre so diese paar Demos draußen hatte, und dann hat man irgendwie jahrelang nichts mitbekommen, dann ist so sein Album geleakt, und später hat das dann nochmal so rausgebracht, aber was ich, äh, an ihm so schätze, außerhalb seiner Musik, die ich ohnehin ganz toll finde, ist gerade bei der Jasmine-Demo, die ich super mag, ähm, ist, dass auch er gemeinsam mit seinem Bruder dann so diese Produzentenschiene fährt, und ich glaube, das heißt irgendwie, irgendwie Paul Institute oder sowas, dass der da irgendwie so ein, so ein Studio hat, um dann eben junge Künstlerinnen zu produzieren, um mit ihm eben, äh, mit denen eben R'n'B-Tracks zu machen, die auch in Teilen was sehr Futuristisches haben, zum Beispiel, äh, Fabiana Palladino ist da eine Musikerin, äh, die ich erwähnen würde, die ganz tolle Musik macht und eben produziert von den, von den Paul-Brüdern, aber, äh, J. Paul, auch so eine, so eine sehr spannende Figur der Zehnerjahre, gerade wenn's auch darum geht, so diesen Einfluss, äh, des, äh, des Internets, äh, auf diese Musik so ein bisschen zu beschreiben und wie die dann vertrieben oder geleakt wurde, etc., ähm, ja, Mahalia wäre noch, äh, wäre noch eine Dame und Tiana Blake, äh, wäre auch noch, äh, jemand, den ich erwähnen würde am Ende, und, ähm, was noch in meiner, äh, ersten Liste auftauchte, ist, äh, Fatima, ähm, ähm, gerade ihr Album Yellow Memories oder ihre EP Mind aus dem Jahr 2011, ähm, ähm, auch so ein bisschen so ein Producer-Ding, weil dafür zeichnet Floating Points verantwortlich, den wir ja auch eigentlich wie fast alle zwei Monate mal erwähnen hier, und der hat, ähm, der hat sie mal in einem Club entdeckt und gesagt, äh, mach mal Musik, das bringe ich raus, weil du hast eine geile Stimme und damit hat er auch recht, hat sie nämlich, und es ist auch, äh, ganz, äh, fantastische Musik. Kommen wir zum großen Finale, James Blake, James Blake, 2011, gegen Solange, When I Get Home, 2019. Ich weiß gar nicht, wer anfangen soll oder anfangen will, aber ich glaube, Annette, vielleicht musst du fast anfangen, weil deine Stimme eigentlich klar ist, ne? Oder ist sie das doch nicht? Ja, doch, doch, die ist schon klar, aber ich, ähm, ich muss auch sagen, dass ich finde, das ist ein sehr gutes Finale, ähm, und egal wie es ausgeht, also es ist jetzt so, ich mach jetzt so ein bisschen die, schon vorher mal schwichten, ähm, ich finde wirklich, egal wie es ausgeht, kann ich total gut damit leben, so. Für mich ist, also für mich wäre nur die Entscheidung sehr klar, aber beide Alben, finde ich, haben das, würden das, als, also würden einfach sehr gut für das stehen, über was wir hier einfach schon, ähm, seit einer ganzen Weile sprechen. Wir sind am, wir sind, äh, am Labern ganz viel, aber das ist ja auch gut, es ist wichtig. Ähm, interessant, 2011 und 2019, wir haben uns eigentlich so zwei, so Klammeralben ausgesucht, ähm, am Anfang des Jahrzehnts und am Ende, ähm, und ja, also es ist wirklich verschiedener könnte es nicht sein, Anfang des Jahrzehnts, Ende des Jahrzehnts, schwarze Frau, weißer Mann, Amerikanerin, Brite, also es ist eine wirkliche Klammer in, in sehr vielen, ähm, Aspekten, und, ja, also wenn man uns dann in diesem Finale messt, finde ich, haben wir eine richtig gute Sendung gemacht. Also kann man ja jetzt hier auch einfach mal so sagen. Ja, du als Gästin darfst das sowieso, darfst das sowieso sagen, wenn wir das sagen, ist das was anderes. Aber du hast voll recht, ich finde, das ist mir jetzt auch gerade jetzt aufgefallen, und auch einfach, wo die Musik so herkommt, ne, also was so der, der, der Ursprung so des, des Ganzen ist, äh, nicht mal die, die Motivation oder das Inhaltliche oder das Politische oder so, das ist vielleicht dann auch fast unfair James Blake gegenüber, aber trotzdem dieses, ähm, ja, also es sind wirklich so zwei, zwei Pole und es sind nicht die beiden Pole, sondern wir haben ja festgestellt, wie viele es einfach gibt, ne, und aus wie vielen Richtungen dieses Genre in den Zehnerjahren gedacht wurde, und das ist ja auch so ein bisschen Grund überhaupt für diese Sendung, weil das eben so, ähm, so interessant war, das jetzt nochmal so auszufächern, dann, äh, buchstäblich. Aber ja, so gesehen ein, ein würdiges Finale, und James Blake hatte, also beide hatten ja so gesehen natürlich einen harten Weg, aber ... Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber geredet, deswegen finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, das Solange-Album ist ja vor allem eben auch als politische Geste wichtig. Also auch wenn When I Get Home nicht mehr so viel darüber gesprochen hat, dass es da um schwarze Identität geht oder über die Frage, was das bedeutet, schwarz zu sein in Amerika, in unserer Gegenwart, ähm, geht es in When I Get Home ja trotzdem immer noch darum, um so Stimmung und Gefühle und Details und was so auch frei assoziiert, ähm, das macht sie ja auch eine unglaublich kunstvolle Art und Weise. Also es gab viele wichtige politische Alben von schwarzen amerikanischen Künstlern in diesem Jahrzehnt, aber ich, ich glaube keins, das so politisch und so kunstvoll, ähm, das hingekriegt hat, über, ähm, über, ja, über, ja, über, über so Fragen der auch Emanzipation und, und Besonderheit der schwarzen Identität, ähm, zu sprechen. Ja, also Solange, Punkt. Es ist, ich finde das gerade auch sehr, sehr spannend, weil ich hab, ich weiß nicht, ob es dir andersrum genauso geht, Albert, aber ich hab keine Ahnung, wofür du jetzt stimmen möchtest und ich weiß nicht, ob du auch keine Ahnung hast, wofür ich stimmen werde, aber nur, weil ich jetzt dreimal nicht für Solange gestimmt habe, heißt das ja nicht, dass ich, äh, dass das jetzt, äh, dann genauso wäre, weil ich mag das Album, ja, ähm, tja, wie, 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 wie machen wir es am spannendsten oder wie lösen wir es jetzt auf? Wer gewinnt hier? Ich weiß, ich, ich kann gar nicht sagen, ähm, wie wir es am spannendsten machen, weil ich ja nicht weiß, wofür du dich entscheidest. Ja, eben. Wir müssen auch, sag einfach gleichzeitig, sag einfach gleichzeitig, für was ihr euch entscheidet. Ich zähle ein. Kriegen wir das hin, Albert, mit der Verschiebung hier, ja, ne? So viel Delay haben wir ja nicht. Aber ich muss mich ja noch entscheiden. Ja, wisst ihr denn, wisst ihr denn schon, für was ihr euch entscheidet? Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es auch und ich weiß auch, was Albert sagt. Okay, dann erzähl gerne runter. Okay. Drei, zwei, eins. James Flay. Oh, sie hat gewonnen. Das kann man jetzt mal einfach so sagen. Deine Wildcard hat gewonnen. Ja, aber es ist auch einfach ein unglaubliches Album. Dieses Album ist der absolute Wahnsinn. Ich finde immer, manchmal finde ich immer noch keine Worte dafür eigentlich, wie toll ich dieses Album finde. Deswegen finde ich es sehr verdient. Tja, James. Ich finde es interessant, dass ein Album ist, das musikalisch eigentlich gar nicht so sehr passt zu diesem elektronischen R'n'B, der ja die Liste eigentlich dominiert. Aber ich finde halt diesen Stilmix so wunderbar, also dieses R'n'B, solige, psychedelische. Und sie zeigt halt, dass es, wenn man vielleicht einen Ausblick geben will, dass es für den R'n'B auch noch andere zeitgenössische Entwicklungsformen gibt. Und sie geht einen anderen Weg, sie geht ihren eigenen Weg, der zum Beispiel auch so ein bisschen von Spelling gegangen wird, die auch seine, ja, crazy, seinen crazy Stilmix macht. Also James Blake ist wichtig und richtig, aber auch vom Nutzwert für mich. Man kann ja auch den Nutzwert praktisch als Kriterium ansetzen. Welches Album höre ich öfters? James Blake höre ich alle drei Jahre und Solange höre ich sehr viel öfter. Ich meine, das Album gibt es ja auch erst seit drei Jahren, ne? Also so, wie man es jetzt so rum sieht. Aber ja, interessant, ich habe, das habe ich ja schon vor dem, oder nach dem ersten Achtelfinale gesagt, ich habe in meinem Kopf dachte ich, okay, trotz dieses ersten Duells, Frank Ocean gewinnt das Ding. Können wir nur noch mal daran erinnern, dass wir vor ungefähr fünf Stunden in der ersten Runde im allerersten Duell blond von Frank Ocean einfach mal direkt rausgeschmissen haben. Finde ich aber auf eine andere Art auch irgendwie cool, wie so unpredictable das Ganze war, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, das When I Get Home am Ende gewinnt. Aber es ist natürlich eine würdige Siegerin, so wie jede Platte, die hier ja dabei war, auch zurecht mit am Start war. Und reiht sich dann als zweite Episode unseres Turnierformats neben Silent Alarm vom Blockparty ein. Das ist eine interessante. Ja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, muss ich dazu sagen. Also für mich ist das ganz klar, aber ich bin auch, also jeder, der mich ein bisschen mehr kennt als nur meinen Namen, weiß, dass Solange halt so die größte, der größte Mensch auf der Welt für mich ist. Also ich würde wahrscheinlich wirklich ernsthaft in Ohnmacht fallen, wenn die vor mir stehen würde, weil ich es nicht aushalten würde. Jetzt live zugeschaltet übrigens. Das ist einfach für mich, wirklich, es gibt keinen Künstler, und ich rede nicht nur von Musik, vor der ich so einen krassen Respekt habe, weil ich es einfach so groß finde. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie gewinnt. Also wirklich nicht. Das finde ich schon sehr, aber Albert hat schon recht, sie macht so einen Weg auch für so einen R'n'B, der halt einfach mit so, der den Mut hat für so sehr avantgardistische und experimentelle Brüche auf eine Art und Weise, die aus dem Bereich, wo sie herkommt, gar nicht so selbstverständlich ist. Beyoncé und so amerikanischer Süden und so. Ist doch eine super Überleitung dann auch in das, was uns mit dem Future R'n'B erwartet, wenn wir ihn überhaupt so bezeichnen möchten. Wir hatten ja Sudden Archive schon mal angesprochen, weil wir sie ja auch zuletzt im Podcast besprochen haben. Was erwartet ihr denn von dem Genre in den nächsten Jahren oder auch aktuell, beziehungsweise wie habt ihr das Genre in den ersten drei Jahren dieses Jahrzehnts so wahrgenommen? Geht es in dieser Richtung so weiter? Natürlich manche Sachen wie diese ganze Bass-Vergangenheit und so weiter, das hat sich jetzt natürlich ja so ein bisschen überholt einfach, weil die Leute älter geworden sind, weil die Einflüsse anders sind und jetzt andere Leute am Start sind. Aber wie erwartet ihr das Genre? Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass viel mehr von diesem Hyperpop so ein bisschen übrig bleibt noch auf eine Art, dass das auch wieder eine tanzbarere Nummer geht, der erwarte ich so ein bisschen. Aber solche Platten wie die von Sudden Archive zum Beispiel, die gehen ja eigentlich, die machen ja auch so ein Mittelding so ein bisschen auf. Ich finde das Album ja auf eine Art auch super tanzbar, aber gleichzeitig ist es auch trotzdem eine ziemliche Avantgarde-Platte auf eine Art. Was erwartet ihr so? Ich glaube, da trifft auch das, was du vorhin über dieses Post-Genre-Ding gesagt hast. Natürlich hat sich die Musik verändert und Sudden Archive ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass da auch wieder neue Einflüsse kommen, dass es weggeht von diesem fast puristisch-elektronischen. Und natürlich hat das Genre, ist ja eigentlich keins, aber wir nennen es halt so, hat das Genre im Moment nicht mehr die Bedeutung, die es vielleicht bis 2014, 2015 gehabt hat, als James Blake, F.K. Twix und so ihre Platten veröffentlicht haben. Aber es ist halt sehr spannend zu sehen, wie sich Dinge weiterentwickeln. Darum geht es ja in der Musik. Ich glaube, ich kann gar nicht so sehr sagen, also ich habe gar kein Gefühl dafür, wo das so soundästhetisch hingeht mit dem R'n'B. Das finde ich ganz schwer zu beantworten oder da habe ich auch gar keine Vorstellung. In meinem Kopf sind aber eher so die Menschen, die es machen, wichtig und die Themen, die die setzen werden. Also ich hatte, glaube ich, irgendwann vorhin schon mal Steve Lancey als Beispiel genannt. Also so eine, ja, irgendwie, natürlich gab es das mit Prince auch schon in den 80ern, aber so diese Themen, die ja auch die Gen Z, also die nächste junge Generation jetzt irgendwie in dieses Genre hineintragen wird, die Themen an sich sind alle nicht neu, aber die Mischung, also sehr sexpositiv, sehr genderfluid, irgendwie sehr tolerant mit überhaupt Begriffen von Sexualität, Geschlecht, dann aber auch sehr ehrlich, was Mental Health angeht und solche Themen. Also so in dieser Themengeballtheit bin ich sehr gespannt, was die aus diesem Genre noch herausholen können. Und ich kann wirklich gar nicht so richtig sagen, was das vom Sound her machen wird, außer vielleicht noch eine krassere Vermischung von allen möglichen Genres. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt, wie diese neuen Inhalte, die für die junge Generation ja jetzt irgendwie viel wichtiger sind, ja, wie die R'n'B als Ausdruck dafür verwenden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werden wir dann in zehn Jahren hier herausfinden, was oder beziehungsweise dann darüber sprechen, was das dann mit dem R'n'B der 20er Jahre, klingt irgendwie blöd, der R'n'B der 20er Jahre oder der 2020er Jahre so auf sich hatte. Vielleicht gehen wir ja auch noch mal ein Stück zurück in die Vergangenheit. Also mich würde tatsächlich noch mal sehr eine Folge auch zu den 90ern interessieren, was so die besten R'n'B-Songs der 90er vielleicht gewesen sind. Annett, das ist also krass, super, dass du auch so lange durchgehalten hast und dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, die ja jetzt gerade, zwölf Uhr mittags ist es ja bei dir gerade. Also dass du Zeit und Expertise mitgebracht hast, da sind wir dir sehr dankbar für. Dankeschön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Ja, ja. Ich bin sehr froh über das Ergebnis. Ich möchte das noch mal betonen. Ich höre das Album auch jetzt sofort. Ja, ja, Solange hat gewonnen. Ja, mhm. Ach so. Albert wacht jetzt heute Nacht auf und träumt, dass Blood Orange gewonnen hätte und liegt dann da schweißgebadet in seinem Bett und muss dann erst mal Frank Ocean auflegen. Nochmal sorry an alle Frank Ocean Fans. Ja, das ist wirklich schlimm. Welcher, also es tut uns ja, also es tut uns ja selber leid. In der ersten Runde rausgekündigt. Im allerersten, ja. So ist das manchmal. Nein, vielen Dank für die Einlagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem auch danke, dass ich mir deswegen diese ganzen Albumen jetzt in den letzten Tagen noch mal angehört habe. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Man macht das ja sonst einfach so konzentriert nicht. Das stimmt. Dass man sich so Alben noch mal anhört. Also, ja, also ich fand auch das James-Blake-Album noch mal durchzuhören, das hatte ich seit Jahren nicht gemacht. Und das fand ich toll irgendwie für mich einfach irgendwie. Es war so eine schöne Reise durch die letzten, nein, nicht zehn Jahre, aber so durch die letzten, ja, durchs letzte Jahrzehnt. Auch noch mal eine schöne Möglichkeit, das so geballt auch zu hören und noch mal zu gucken, wie geil das Genre auch eigentlich ist. Albert, du hast recht, vielleicht ist es nicht unbedingt eins, aber trotzdem, was da einfach für geile Sachen passiert sind. Und das jetzt noch mal so gebündelt zu hören, das macht einfach richtig Spaß. Das war sau wichtig. Also, man hat es damals schon gemerkt, aber im Rückblick wirkt es noch wichtiger für das Jahrzehnt. Und dann müssen wir uns immer überlegen, was wir dann, wenn wir die nächste Turnierfolge machen, was wir dann für ein Genre nehmen. Vielleicht hast du ja auch eine Idee, Annette, was wir machen sollten. Muss ich mal drüber nachdenken. Also, es wird sicherlich noch eine Menge geben, auch, wie wir es dann irgendwie einschränken können oder so. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ihr, wenn ihr jetzt irgendwie die fast drei Stunden noch mitgemacht habt und zugehört habt, würde mich natürlich interessieren und würde uns interessieren, ist das für euch die würdige Siegerin? Was hat euch vielleicht gefehlt? Das könnt ihr uns gerne schreiben, Instagram und Twitter at track17podcast oder info at track17podcast.de per Mail. Dann sprechen wir da nächstes Mal sehr, sehr gerne drüber. Schreibt uns mal, was eure Lieblings-R&V-Platte der letzten zehn Jahre beziehungsweise des Jahrzehnts der Zehnerjahre gewesen ist und hört unsere In-Rainbows-Folge, unsere Shorts-Folge und unsere Ausgabe 40, unsere letzte Review-Folge, in der wir unter anderem über Lorraine James, Daphne und ja, Konrad Schnitzler und Baslauf gesprochen haben. Das könnt ihr euch gerne anhören und wir sind dann in zwei Wochen mit der 41 wieder da und Albert, könnte man, würdest du Kada Dalforno so ansatzweise in den R&B-Bereich mit reinpacken oder ist das zu weit weg? Kriegen wir die Brücke gebaut? Nee, die kriegen wir nicht gebaut. Aber was Kala da vorne wirklich für Musik macht, das könnt ihr dann in zwei Wochen erfahren, wenn wir über ihr wirklich, wirklich gutes neues Album sprechen, was Anfang November erscheint und da hören wir uns dann wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Vielen Dank.